Zeitgabst Ja, wir spielen heute wieder Nordlands 3 Wir haben wieder die Startbildschirm Ein weiterer Bruder Letztes Stream Hat jemand gemeint, dass die Streamerweiterung funktioniert Aber das ist halt Letztes Stream Als funktioniert danach Da hat er bei mir nichts funktioniert Das ist da irgendwie Und kratze ich auch nix Der Modi mal schon aufs Rettet klappt Ich warte nur auf die Einladung Ich habe hier noch den Roboter rumdancen Ja, ich bin ja noch nicht so weit Ich darf ja das Spiel dich starten Bis du die Einladung geschickt hast Es braucht heute ein bisschen länger Ich bin noch bei dem Bei dem Intro Alles gut Ich habe mich erwünscht Ich habe mich erwünscht Beim Mittagessen etwas Was eben gerade erst war Etwas überfressen Das ist schön Das ist schön Ich habe gefühlt Zwei Salatblätter heute gegessen Ja, okay Dafür ist doch jetzt Doch jetzt Du musst kriegen wieder In der Heimkühlschrank Wie ich dich kenne Ich habe einen kleinen Pack vegane Bürstchen Muss reichen So So Modi ist offline Doch jetzt bist du online Immer Einladen Online Hast du eine Einladung gekriegt? Mhm Stand online Das hat gestartet Mein Charakter sieht nach wie vor so aus Als wie ein Eimerfarbe über die Maus gelaufen Das ist der Skin Das ist immer so Der sieht genauso Der sieht aus wie ein Wie so von 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 Wie so eine D&D Figur kaufst Aber dann zu voll bist Die anzumalen Und dann einfach Passt schon Ein bisschen Farber Zu voll bist Ja Der Charakter soll nie da sein Noch bist du nicht getrained? Ja Ich habe den Startscreen immer noch Er ist led Kein Stress Wir haben Zeit Ach Heute haben wir Zeit Heute musst du nicht früh weg Nee Es ist nicht Ostern Ich muss nicht zum Osteressen mit der Familie Wie lief's denn? Lief's schlimm? Lief's nicht schlimm Oder lief's nur schlimm? Aushaltbar Wie immer Überraschend Schön Äh Spaßig ist es nicht Aber Einmal Zweimal ein Yanke Einmal zu machen Mhm Und diesmal ist auch nicht Zeitumstellung Also Ja War War ein bisschen schlaf Wenig schlaf an dem Tag Aber Das ist schon Es ist halt super nervig Ich konnte Frühs vorher Ohne großartig Scheinwerfer anzumachen Frühs zur Arbeit fahren Jetzt nicht mehr Jetzt ist quasi mitten in der Nacht Ist das Ding an? Test Test Hey Kamerjäger Wir haben eine Gelegenheit für dich Stimmt Es ist ja eine Stunde früher So Mhm Aber dafür ist es abends Es ist jetzt schon Es ist jetzt schon Halb Äh Äh Halb 19 Uhr Ähm Und Es ist halt draußen noch ziemlich hell Es ist halt schon irgendwie Ist auch ein bisschen geil Ist auch ein bisschen geil So So Wir hatten noch Du hattest noch eine dringende Nebenquest Die dir Ich bin gerade dabei Da hattest du im letzten Stream gesagt Naja die müssen wir noch markieren bevor es Ja die einzige auf dem Planeten Der Planet ist wohl ein bisschen kleiner oder was? Mhm Ich glaube das haben wir ja im letzten Stream schon ganz durchgemacht Also den Da hinten haben wir ja von Anfang bis Ende schon mal Durchlaufen Das müsste ja nicht schon Ich gucke gerade haben wir hier eine Mission irgendwo Ne ich glaub ich hab dich für ich bin vorher auf die äh auf Dingens gegangen bevor wir Das haben wir nicht mehr geschafft die anzunehmen Ich hab dich vorher hochgedient bevor du die annehmen konntest Ahja jetzt hab ich hier jetzt hab ich die richtig aktiviert Ich hab zumindest beim letzten Mal die Waffe gefunden die ich unbedingt haben wollte Also ich bin zufrieden Ich nutze immer noch diese Waffe hier Ich seh jetzt 3,4,3 Ja du benutzt immer noch den Thaddeus ich weiß Ne aber wir denen die Elektro Waffe die Ach die Eigentlich schon DM viel zu schwach ist aber Nach D-Quest Bevor ich Maja traf besaß ich nur Dinge die ich bei mir tragen oder verstecken konnte Ich dachte wohl Athenas wäre irgendwie anders Irgendwo sich Irgendwo sich Konk Schlapp gelacht hat Hä? Ich glaub da hab ich schon das Spiel nicht mehr geguckt weil es zu langweilig war Das war diese Map und dieses mit dem Tagebuch von ihr wo dann Das dem Tagebuch vorgelesen wird und das war Warte wenn dir das alles gefunden wird Ne pass auf Scheiße mein Notizbuch Du musst auf jeden Fall mein Notizbuch retten Das kommt fast versteckt im Netzplay Da steht meine total geheimen Notizen drin Wieso hat der eine Mod drin gehabt was dieses Tagebuch durch Fangs Tagebuch hier ersetzt Ne Dann verstehe ich nicht wie man darüber lachen kann Böse Runde werden in der Schlappe Lass dich von einer Schlappe Und noch einer beißt ins Dras Der Bösewicht wird nachher wirklich Wirklich zu mich Gemein Oh ich brenne Ich friere Ich friere Genau das hab ich gebraucht Hier ist Geld Kann man die Waffe wechseln Replikier hier Ich friere Ich friere Ich friere Ich friere Ah ja die Ich friere Ich weiß nicht, was habe ich gerade für Granaten? Ich wollte jetzt mal einen Kill, sonst bin ich tot. Ja, ich bin tot. Oh, ich habe immer noch die Sturmdinger. Ah, alles klar. Hättest du dich auch zurückholen können, aber was weiß. Ja, ich habe nicht mal gesehen, wo du bist. Du bist gerade an mir vorbeigelaufen. Schlag zu deinen Füßen. Komm einfach wieder. Okay, wo geht es denn? Hier. Ich sammle die ganze Sachen ein. Nein, wo ist das? Wo ist mein Notizbuch? Hey, hallo zusammen. Ich bin Private Beans. Hört mal kurz auf Häuser zu verbrennen. Und hört euch das nämliche Tagebuch dieser Hemobraut an. Das ist zu lustig. Hier, hör zu. Auf der Flucht. Tag eins. Ich glaube meine ganze Familie ist tot. Was soll ich nur tun? Noch mehr? Das ist nicht! Das geht nicht! Kammerjäger! Du musst was unternehmen! Finde ihn! Tag drei. Meine Familie fehlt mir so sehr. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre mein Herz eine Faust, die ein Stück Stacheldraht ganz fest umklammert. Es tut so weh, den Draht fest zu weben. Ich habe Angst, ihn loszulassen, weil ich ihn dann nie mehr zurückbekomme. Nein. Ah, ok. Dann wurde wohl schon aufgewogen. Oh, der liest aus ihrem Tagebuch. Das ist ganz lustig. Du musst lachen. Oh, ja, Mensch. Das ist so lustig. Lach jetzt bitte. Können wir das Spiel muten? Kannst du machen. Kannst du machen. Ich bin noch nicht so gut. Ich bin... Jetzt habe ich dich angegriffen. Fantastisch. Warum? Ich seh nicht mal anders letztend aus wie die Gegner. Ich habe eine Taube auf dem Kopf, das ist lustig. ich bin so schmied am sterben ist was ganz neues stärke meine fresse Du machst hier Eis und ich mache Veganer. Wo kommt denn das Eis hier her? Von den Typen die ich gerade oben bekämpfe. Ach hier von dem schweren Eisbrecher. Was hinten geht, ja. Da ist einer. Den wir öffnen Waffe hinterher. Ja, der erledigt ihn gerade. So weit er ich will. Scheiße, er reißt Seiten raus. Heb sie auf, aber lies nichts davon. Okay, okay. Tag Elf, ich lebe jetzt in einer Gasse. Sie ist warm genug, um die Nacht zu überstehen, weil es dort für alle 20 Minuten ein Druckventil zur Entlüftung der Kanalisation öffnet. Das Chick hat in einer Furzhöhle gehaust. Sie hat alles verloren. Hey, das war nur ein Gedicht. Die Kanalisation ist nur eine Allegorie für Jungs. Flammweilige Dichtungen. Nicht real. Nur einer von uns ist Gedicht. Wir hatten ein großes Ding hier. Ich bin sehr. Hände den Kerl. Schwerer Schütze. Oh, ähm. War halt ein bisschen abgelenkt. War halt ein bisschen abgelenkt. Ah, cool. Avengers der Steam Guard offline. Ne, nur mein WLAN. Wieder Wunder von Störung. Ne, kann eigentlich nicht sein. Ich bin ja noch ein Voice. Hörst du mich noch? Hm. Wahrscheinlich nicht. before. Aaaaah. Hörst du dich. Zählst du dritten? Aaaaaah. Internet wieder. ... und bumm macht das Dynamit! Ist Molly überhaupt noch drinnen, oder was? Wahrscheinlich ist auch ausgeschmissen worden. Dann lege ich den hier mal kurz. Suche, fehlgeschlagen. Ah ja, natürlich. Äh, ist Molly wahrscheinlich auch aus dem Discord und so weiter rausgeflogen. Sekunde. Ja, ich konnte das Spiel wahrscheinlich neu starten. Ich muss nochmal die Quest wahrscheinlich nochmal neu machen. Ich hoffe nur, dass das dann so bleibt. Ah, scheiße. Ja, dann mach ich Band nochmal. Ich hol mir mal was zu trinken in der Zeit. Mal schauen, wie viel gespeichert wurde von der Quest. Wäre ja langweilig, wenn es mal funktionieren würde. Jetzt halt bitte auch für den Rest Streams durch Internet. Und jetzt geht's. Geobox. 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 Zwei Minuten. Ja, dann willkommen zu einem neuen Stream oder so, wir spielen heute Borderlands 3. Was ist das, was wir machen? Was ist das, was wir machen? ich liebe es das war ja vergleichsweise schnell das ging ja schnell wieder das war schon längere ausfälle was du bist du blöd du 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 Ok, schon ohne ihn rein starten. Mal schauen, wie viel gespeichert wurde. Ah doch, wir müssen nicht die ganzen Quest mehr machen. Ich gehe mal hier spazieren. Ich gucke. Es gab einen fairen Checkpoint. Ja, ich schlade dann mal rein. Sollte ein bisschen dauern. Kannst ja schon mal weitermachen. Ja, aber dann verpasst du diese tollen Dialoge, die hier gerade laufen. Du kannst gerne weitermachen. Das wäre so schade, wenn du was davon verpasst. Mach hier endlich was. Ziele gesichtet. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Und hallöchen Lena. Sveitsi ist. Ok. Nur damit wir erstmal... Keiner von uns macht dieses Spiel. Keiner von uns mag den Humor. Wir machen uns nur darüber lustig. Ich weiß nicht, falls das jetzt anders rüber kam. Ja, du. Ich habe schon schlechtere Spiele gespielt. Wir machen uns trotzdem permanent über das Spiel. Ja. Ey. Wie konnte ich mit dir reden? Wie cool? Ah, schon wieder tot. Bin ich gerade reingekommen? Ach, da sitzt er. Oh my God. Keine Kampf, da jetzt hier nochmal nicht was hin muss. Du und Miete. Wie geht's denn so den Namen? Ja, gerne ein bisschen Chatinteraktion. Wir haben hier nichts anderes zu tun. Ich bin tot. Und ich bin dich gerade durch. Nur ein paar Kämpfe hier. Das sieht sehr spannend aus, aber... Naja. Es ist nicht spannend. Es ist nur flashig. Würde ich sagen. Und Motti ist bei Reterin, dann auch. Ja, deshalb wollte ich sie ja. Ey. Oh no. Ich brauche den Zipo. Ich bin eventuell auch gleich tot. Nein, ich lebe noch. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Ah, hier habe ich noch Munition. Die Tadeus-Fort hat noch Munition. Ja, der Fertig ist. Hütend wird bricht er aus. Ja. Oh oh. Und Moni ist die Taube. Ich habe keine Munition mehr. Null. Ich nur noch ein bisschen. Da vorne war irgendwo ein Aufladeschrank. Das kann ich brauchen. Alles gut. Wir haben hier noch viele Schrauben. Wir haben hier noch viele Kämpfe. Wir haben hier noch viele Kämpfe. Ich habe das Problem, ich habe nur Waffen, die mehr als ein paar Tonnen pro Schuss verbrauchen. Ich gehe auch gerade mal zurück, damit ich mal ein bisschen... Da gibt es hier vorne noch irgendwas. Ich gehe mal zurück. Geh mal Munition holen. Dann brauche ich auch dringend aus Gehpunkte. Wir haben ein neues Level. Oh, haben wir. Sonst habe ich das. Ja, stimmt, tatsächlich. Lull. Ja, aber ich weiß nicht. Da ich gleich diesen Kampfanzug zu benutze. Uh, Regeneration, wenn mein Tier angreift. Nice. Durch den Panzer... Durch diesen... Wofür ich die ganzen Skills ausgebe. Quasi im Kampf nie nutze. Nur die Pisten... Ja, du benutzt dein Zeug nie. Ich schicke mein Tier immer mit rein. Deshalb spiele ich gerne Summoner, weil da muss ich wenig tun. Ich habe bereits gekämpft. Ich bin ein bisschen zurückgegangen und habe gekämpft. Egal. Ich schreibe weg. Es gibt hier zig Schränke mit Munition. Es gibt zig Schränke mit Munition. Also es gibt zig Kisten mit Munition hier. Ich bin ein bisschen zurückgegangen. Ich helfe dir da jetzt nicht. Ja, ich renne da einfach durch. Die besiegen wir dann später. Oder so. Auch gut. Und jetzt raus hier. Die Munition schießt wenig von selbst. Oh. Game ist gecrashed. Ja, ich sehe es. Cool. Cool. Läuft halt super. Willst du dir kurz Return to Moria spielen und wir spielen ein bisschen Zwergen-Survival? Nein, ich starte es nochmal mal. Bist du auch was geflogen oder? Ja, natürlich. Du bist Host. Aber am Internet sieht es jetzt gerade nicht. Das ist klar. Es wird ein schöner Stream, Alter. Ich merke schon. Änder dieser Streams. Das ist die Hölle. Aber woran ist das Spiel gerade geprescht? Warte kurz. Ich muss ja noch die ganze... Ich muss jetzt... Wie hieß der nochmal? Ich muss den Bot nochmal betrachtet zugucken. Da habe ich auch mal drinnen. Willkommen zu einem neuen Stream oder so würde ich sagen. Mh. Maudi ist heute auch mit dabei. Maudi ist heute auch mit dabei. Maudi ist heute auch mit dabei. Maudi ist heute die SideQuest. Setzberuf. Einladung. Du hast ne Einladung. Ja. Cool, das hat das Spiel nicht ordentlich geschlossen vorhin. Sehr schön. Ja, ich muss in den Taskmanager. Das Spiel kam wahrscheinlich nie mit damit zurecht, dass ich zurückgegangen bin. Das hat nicht damit gerechnet, dass Spieler Sachen haben. Der Vorderletz wird noch ausgeführt, aber gleichzeitig der Vorderletz ist nicht mehr ausgeführt. Ich kämpfe da hier schon mal ein bisschen. Ja du, ich starte mal Epic Games komplett neu. Ja, sobald du bereit bist. Kein Stress. Verpasst nur ein bisschen Story vielleicht, aber das auch unwahrscheinlich. Mach was du machen musst. Ich kämpfe noch ein paar Mal. Los! Schnell macht uns sichtbar. Und noch einer beißt ins Gras. Ja, ein Vorderletz wird immer noch ausgeführt, ohne dass es ausgezübt wird. Ah, sehr schön. Da spiel ich jetzt alleine weiter. Du spielst alleine weiter. Ich spiel dann mal ein bisschen Lego Fortnite. Das wird dir so oft aufgedrückt. Nein, das werden wir nicht spielen. Wum, es ist ein spaßiges Survival-Spiel mittlerweile. Man kann sogar Autos bauen. Gibt es jetzt noch eine Chance, dass du noch dazu kommst, oder? Ich muss gucken, was für ein Prozess es ist, der jetzt gerade hier Probleme bereitet. Ah, fantastisch. Borderlands 3 hier unten, da unten, da ist es. Wum, hier läuft's. Wum, hier läuft's. Okay, jetzt kann ich deiner Einladung beitreten, wenn du mir eine schickst nochmal. Kriegen wir hin. Wo ist denn jetzt die Quest? Ähm. Social. Modi. Einladen. So. So eine Privatsphäre. Hier irgendwo sollte es sein. Aha, verstehe ich nicht. Ah, da oben ist das Ding. Tag 443. Der Käpt'n bot mir einen Platz in seiner Crew an. Ich bin beim nächsten halt von Bord gegangen mit seinem Raumanzug. Den hab ich dann verkauft. Ich brauchte was zu essen. Ring, ring, hallo. Wir verkaufen Bindungsängste. Oh, du hast schon alle. Pech für mich. Nein, so war das nicht. Ich wollte nicht. Weißt du was? Halt die Fresse, Wichser. Kammerjäger. Ich meine es tot. Ernst. Du musst ihn finden. Das ist wirklich wichtig. Wir holen ein bisschen Geld ein. So, wo? Ach, da drüben hin. Lässt der Zeit. Ja, das startet irgendwann demnächst vielleicht auch mal. So. So. Ach so, ich bin hier falsch. Hier hinten muss ich hin. Ich bin falsch gelaufen. Ich lass das Spiel davon wieder abstürzen. Ich glaub hier müssen wir sein. Bloß nicht, bloß nicht bewegen. Ich lass mal meine Mund auf. Tag 939. Warum bin ich nur in dieses blöde Kloster gegangen? Die beschissenen Mönche schminken. Und ich hab wirklich jeden Käse gesehen, seit ich hier bin. Es gibt also eine Tussi mit blauen Haaren, die öfter am Markt rumhängt. Sie hat eine total coole Maliborn-Waffe. Vielleicht könnte ich ihr etwas spielen und das gegen die Waffe tauschen. Oh, oh, da hoffentlich hören keine Mönche zu. Ich bin so enttäuscht von dir, Kind. Bruder Mendel, ich wollte mich nicht über euren Käsegeruch lustig machen. Ah, das ist doch scheiße. Okay, das war weg. Das war tatsächlich ein bisschen lustig. Wir haben Kontakt. Aber nur die Tatsache, dass die Mönche zu sagen. Nichts was gesagt wurde. Mönche, die nach Käse riechen. Käse. Die sind die Art von Mönchen. Klingt nach einer coolen, sinnlosen Subklasse für die und die Käsemönche. Du brauchst nicht für alles eine Subklasse. Du kannst auch einfach sagen, deine Fähigkeiten sehen so und so aus. Das ist das große Problem mit Homebrew. Das regt mich so auf. Du willst zum Beispiel einen Barbaren spielen, der sich in ein riesiges Monster verwandelt, wie der Hulk, statt zu ragen. Okay, cool. Du machst hier zig Stunden Arbeit für irgendwelche Homebrew-Scheiße. Nur, dass es dann komplett unbalanced und sowas ist. Und du könntest einfach Beast Barbarian spielen und sagen, statt dass du krallen kriegst, kriegst du dicke Muskeln. Das nervt mich so sehr, dass Leute einfach zu blöd sind, sich Sachen auszudenken. Tut mir leid. Oh, hier haben wir jemanden. Oh, das ist wohl noch eine Quest. Ach, da bist du. Ja, die wollte ich auch annehmen. Hier lang. Dann müsste das immer die andere machen. In sechs Stürmen sei Dank. Mein Gebet wurde erhört. Aber wir haben die andere Quests noch nicht abgeschlossen. Ich bin der unter dem aufkommenden Sturm der Gewaltlosigkeit verschworen. Ich muss dich um Hilfe mit diesen bösartigen Retches bitten. Haben wir jetzt zwei Quests gleichzeitig oder? Oh, ich hab dir doch gesagt, dass da wirklich wichtige Notizen drin stehen. Er wird sich den Schlüssel zu den Waffen holen und dir alles in die Luft jagen. Ich schicke dir die Koordinaten des Schlüssels. Dort wirst du ihn finden. Du musst ihn ausschalten. Ich muss doch folgen mir jetzt. Das Check ist so allein. Sie hat niemanden. Sie kann nur ein Traum und lebt in einer Vorzöhle. Kannst du den Typen bitte umbringen? Ah, das ist... ...Retch Schleim. Unsere Spirituosen sollen nicht stark genug sein, sowas aufzulösen. Jetzt müssen wir woanders erstmal hin. Auf die Fässer und beseitige diese ekelige Plage. Wir machen erstmal fest weiter. Für die Binge. Ah, hier liegt übrigens ein Verstärkungsding für dich. Ach egal. Ein paar Schmaß da. Die sind sowieso sinnlos. So wirklich, ich gehe einfach voll auf das Tier, was ich reinschicke und dann schieße ich einfach mit der Sniper hier im Hintergrund. Das passt schon. Ja, ja. Brauche ich keine Upgrade-Dinger. Ich brauche Hilfe beim Abtransport meiner vielen coolen Affen. Ach, das ist der Typ. Wo ist der Typ? Ich habe ihn gerade getötet. Oh. Oh, wo ist der Schlüssel? Kann ich dir nichts sagen. Ach, hier hinten. Ich habe ein paar Waffen zum Verkaufen. Du hast den Schlüssel? Geile Sache. Das Versteck ist ganz in der Nähe. Du hast den Schlüssel? Geile Sache. Das Versteck ist ganz in der Nähe. Oh nein. Oh nein. Die müssen sie verkaufen. Da haben wir irgendwelche Specials. Geile Sache. So, jetzt guck ich mal wie sie... In der Begrenzten Marazin-Kurs. Waffe erhitzt sich und ist irgendwann kaputt. Das klingt ja spannend. Das ist... Das ist ganz cool. Das hat meine Feuerwaffe auch. Und ihr hittst dich in der Sonnenwand kaputt. Das finde ich... Also ja... Nicht so toll. Nein, die ist nicht dauerhaft kaputt. Die überhitzt halt. Du musst dann erst mal abführen. Das ist ein bisschen schlechter. Das finde ich cool. Das ist weniger nervig, als du glaubst. Du musst halt ab und zu eine Feuerpause machen. Das war's nicht mehr! Da kommt ein Großer! Ich muss meine Elektrowaffe auch mitnehmen. Und eine Wasserpistole führen. Ich nehme uns noch mehr. Oh, oh, ich brauche einen Kill. Du brauchst keinen Sinn. Ich bin schon wieder tot. Und ich bin tot. Und du bist auch tot, oder was? Nö. Meine Waffen machen tatsächlich Schaden, im Gegensatz zu deinen. Trifft ein neues Ich. Ist wie dein altes Ich. Nur viel lebendiger. Wenn der Raketenwerfer macht auch irgendwie Schaden. Jetzt komme ich denn jetzt wieder zu dir rüber. Ich habe da relativ weit weg gespawnt. Wenn wir jetzt die Quest belöst, oder? Wenn wir den Typen noch Mordet haben, oder? Oder so? Äh, ne. Wir müssen noch die... Das Waffendepot aufmachen. Wo wir wahrscheinlich viel zu schwache... Bullshit-Waffen kriegen. Wieso? Die wir nur verkaufen können. Ey, da ist noch ein Typ. Das ist hier. Hast du einen Schlüssel? Den lass ich mit einem Säurefass erledigen. Hast du vielleicht Schlüssel gefunden? Jaja, klar. Die Quest haben wir schon durch. Okay. Soweit. Ich mach... Ich komm gerade und dann... Du müsstest auch den Schlüssel kriegen. Ich hab einen Benjo gefunden. Ich bin froh, dass die Waffen jetzt in guten Händen sind. Kannst du mir dann... äh... mein Zeug zurückbringen? Okay, wir machen... machen wir, wenn wir eh zurückgehen. Ich würd sagen, wir machen jetzt erstmal hier die andere Side-Quest, die du angenommen hast. Ach, warst du schon ein Waffendepot drin, oder? Du hast das gerade gemacht? Nö. Ich war unten am... ich hab ein bisschen geangelt. Da war so ein... Da war so ein Stuhl mit einem Benjo. Ja, das ist das Waffendepot. Und da war... eine blaue und eine jolette Waffe dran. Eine blaue ich mich mitgenommen. Ja, und darum ging es so in der ganzen Quest. Du solltest die Waffen nehmen. Den blaue ich mich nicht mitgenommen. Dann nimm du die mal mit. Ach, das ist... Wir haben andere Waffen. Die war eine weise und eine blaue. Die hatte ich vor. Ich weiß noch, dass wir unterschiedliche Waffen machen. Die Waffe, die tatsächlich schon mal hat uns schon von dir weggegeben, aber... Das... Wir machen jetzt die heiligen Geister. Aha. Also nicht... nicht... nicht diese christliche... Meinen Kopf brennt Sache, sondern die anderen heiligen Geister. Und die heilige Friedenstaube. Ist das eine Sache? Ja, der heilige Geist, der wird... das wird doch mal als Friedenstaube dargestellt. Das ist von... deswegen, ja... Ich kenne das nur, dass es dargestellt wird, dass dein Kopf brennt. Ja, gibt es leider... Es gibt leider verschiedene... Es gibt leider verschiedene... Du bist sehr viel religiöser als ich. Äh... Oh Gott. Ah! Jumpscare. Ich habe dich jetzt raus. Deine Jagd ist vorbei. Ich habe dich jetzt raus. Da waren viele im Kühlschrank. Okay. Ich habe dich mitbekommen. Ja, mein… Ich habe dich mitbekommen. Ich habe dich mitbekommen. Ich habe mich mitbekommen. Ich habe mich mitbekommen. Aber ich darf nicht mal eine Mücke erschlagen, wenn sie mich sticht. Ach, hätte ich doch nur nicht den Weg der Gewaltlosigkeit gewählt. Nun musst du an meiner Stelle schlachten, rechtschaffen, erhält. Wett, die von Wannsicht nach Schlacht dazu. Ich beneide dich, Kammergälder. Dich belastet kein Eid. Du bist kein Sklave der Sittlichkeit. Jage diese widerlichen Wretches und reiß die noch schlagenden Herzen aus ihren elenden Brustkörben. Er muss gewaltlos sein, nicht? Das ist nicht gut. Es scheint, als wäre dieses Monster an einer Alkoholvergiftung gestorben. Oh, die ist tot. Ah, tu mir einen weiteren Gefallen und bring mir die Leber. Wusstest du, dass der Tod einst als natürlicher Teil des Lebens galt? Ein Hochhauti Wissenschau. Ich komme der Aufwand dann noch vorbei. Ja! Weide sie aus, mein himmlischer Killer. Streu ihre Eingeweide über die Erde wie Darmkonfetti. So, ich komme auch mal dazu. Hier müssen wir das Ding. Das müssen wir zerschießen. Oder so. Oh, wir sind ein paar Insekten. Ja, wir müssen hier auch noch irgendwas tun, glaube ich. Deswegen sind wir auf Kammergänger. Ha. Stimmt, das ist ja für den Insekten-Team-Tier in diesem Spiel. Wir machen das erste Mal, was unserer Jobbeschreibung entspricht. Ja, wir jagen eine Kammer. Nebenbei auch ein paar Insekten. Ja, vor allem eigentlich ist das nicht die Jobbeschreibung, weil auf Englisch das ist ja Vault Hunter oder so. Das ist halt auf Deutsch ein bisschen dumm. Schleim beseitigt. Ah, da kommt ein Ding raus. Wir müssen da hinten noch irgendwas tun. Ich glaube, du musst so Eier, die Eier öffnen oder so. Da kommt dann immer was raus. Hier ist nur irgendwas. Hier oben. Vielleicht. wenn sie wollen müssen wir ernten hier hinten das ist x x x fach doch was oh der dreifach x dann wirst du nicht nur blind sondern auch blind und besoffen und macht dieser plage ein ende blut überströmter streiter geht das massaker wartet da oben ist noch was könnte denn hier was sein hier oder was da drüben muss noch etwas auf dem anderen zweig ich wusste das ist ein Grund genau so es muss noch irgendwo was sein du musst noch leber suchen ich glaube ich und hier ist noch ein großes das war mitreißend den sechs stürmen sei dank dass du im richtigen moment hier warst wenn die malihornplage beseitigt ist werden wir auf dein himmlisches blutvergießen anstoßen schnapp dir den klöppel und läute die rauschglocke um mich zu rufen wenn du bereit bist dich erwartet eine belohnung wenn wir manche den eid der gewaltlosigkeit leisten müssen wir all unsere weltlichen waffen abgeben sie werden nicht weit von dir gelagert und ich empfehle dir dringend was auch immer du brauchst aus unserem waffenlager zu nehmen mein vivisizierender rächer komm dann zu mir zurück ich habe einen schönen raketenwerfer für dich 267 x 2 schaden ist besser als der hier ich guck mal eben der hat 86 x 4 schaden ich glaube der ist besser bestrahle den und verhindern von alles strahlungs schaden ja ich guck gerade ob ich hier noch irgendwo die restlichen lebern finde wo hast denn die waffe die habe ich bei mir ich suche gleich hier noch nach dem das war unterwerfen hier muss ja hinten noch seilen hier haben wir noch festmachen ja äh Achtung ich habe die waffe guck 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 mal zu mir dann siehst du was das ding tut ok nicht schlecht nicht speziell ist das ein granatwerfer ich hau den mal raus ich glaube der ist stärker als deiner ich hau den mal raus ich glaube ich habe noch Platz frei dann schmeiße ich mal den hier runter dann schmeiße ich mal den hier runter das ist eine weiße war das der war das eine weiße waffe oder nein blau die granatenwerfer 267 x 2 schaden muss ich mal ausprobieren wenn ich mal endlich gelernt habe Waffen austosten keine munition mehr keine munition mehr ah schade keine munition ich habe mich auf den beitrags zu deiner unbändigen gewalt zwiegespalten doch vielleicht sind derartige vergehen ja der wille der stürme du hast mir anlass zum nachdenken gegeben kammerjäger und anlass zum trinken prosit das sind wirklich glückliche stunden ah wie ich sehe hast du die eingelegten Ratschlebern gesammelt um die ich dich gebeten hatte sehr schön sehr schön das gibt noch eine Belohnung weißt du diese eingelegten Ratschlebern sind die geheimzutat für unseren heiligen Fusel zu diesem zweck haben wir immer einen Ratschrudel parat aber sie konnten sich befreien und machen jetzt die Destille unsicher du hast eine Giste gefunden am 19 alter und hier sind jetzt Sachen ich habe hier eine grüne Waffe im Momentar voll sehr schön sehr schön muss ich mal Waffen verkaufen gehen Alter wirst du ein paar Waffen verkaufen Und ich habe mal Gegner kommt schon schlappschwänze wir haben überall Gegner hier gespawnen das ist das das geht noch nicht zum schlappschwänze wir haben überall gegner inbuilt zwar es ist das gibt noch nicht Ich geh mal ein bisschen sterben hier. Ich hab Story gefunden. Okay. Ich hab Gegner gefunden. Und jetzt ist die große Verteidigerin von Atenas. Nun, wir werden ja sehen, was passiert, wenn der Sturm hereinbricht. Und wenn Malimon erst das Fragment hat, gehört das Kloster wieder mir. Oh nein, da kommen die Regöre. Guten Abend, Bruder Sinon. Wie läuft's, Kleine? Wenn ich die Statue der Stille noch eine Minute länger anstarren muss, pinkle ich drauf. Das schwöre ich. Hehehe, da wärst du nicht die Erste. Ich verkauf dir keine Sachen. Bis später, Bruder Sinon. Was groß? Ich sterbe dabei. Oh, oh Kind, warte. Geh lieber rein, da braut sich ein Sturm zusammen. Was faserst du da? Es ist kein Wölkchen am Himmel. Schon, aber auf Atenas schlägt das Wetter schnell um. Such dir besser ein sicheres Plätzchen. Keine Fragen. Waren mir eine Freude. So ein bisschen Sachen gekauft. Weiter geht's. Das neue Quest angekommen. Nein. Ich laufe zurück zu dem einzigen Schnellreisepunkt, den wir hier haben. Hoffe ich zumindest. Wenn du irgendwo einen findest, sag Bescheid. Okay, wir müssen schnell reisen, oder was? Ja, wir müssen zurück zum Schiff. Das war alles, was auf dem Planeten existiert. Am besten. Okay. Oh, ich hab hier einen Boss freigeschaltet. Oh. Ich hab hier einen Tauchung. Ich glaube, das bin er, ich, weil ich schieß gerade auf ihn. Okay, wo bist du? Beim Boss. Ich glaube, es ist ganz woanders. Komm eventuell gleich zu dir. Ich bin mir zu mir. Ich bin schreit, ich bin mir zu mir. da du etwas besiegst Ah, hi, ich bin auch mal da Man reicht Zeit, um zu looten und den Sieg zu kassieren Ah, der hat wieder nichts Ja doch, der hat eine kleine kleine Waffe Oh, cool Was für ein ist das? Was kann sie? Drop sie mal Gib sie mir mal rüber Ich guck mal Searing Äußerst effektiv gegen Fleisch Wechselt zwischen Vollautomatik und 5 Schuss Salgon Wehrt mystische Kunst kleiner Hände mit explosiver Kraft Aha Schmeiß sie mir mal runter, ich probier sie aus Ja Ja Wie macht die für Schaden? 115 Schaden, naja Also Rest daran Ja, wie gesagt, ich sammle ja sowieso die Koliere Hast sie? Ja Ich hab hier total nervige Musik Ich hab hier total nervige Musik Die ist stärker als meine hier Ich hab hier einen Schnellreisepunkt Auf der Map ist auch noch was markiert So wie er hier Ja, der andere Schnellreisepunkt So Wo sollen wir jetzt hin? Oh, hier ist noch ne Superkiste oder sowas Und mit hier sollen wir wieder hin? Nein, wir sollen zu äh, zu Sanctuary wieder Zum Mediankomplex müssen wir hin Wir müssen erstmal nach Sanctuary Quests abgeben Und von daraus können wir dann wieder Und von daraus können wir dann wieder Ok, dann ist auch das Ok, dann ist auch das Und liegt Was ist das? Wie zieht die Musikbeb? Wie ist das? Was ist das? Dank Wie sagt die Musikbeb? Wenn mit 1. 2. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 5. 6. Die aktuelle Quest zieht vor, dass wir zum... Nicht die aktuelle. Du kannst mit Tab die Quests einsehen. Ähm... Hoch müssen wir. Ich hab mein Futternapf hier platziert. Aha. Danke. Folgender Vorschlag. Du erfreust dich an diesen Waffen und ich verbrenne meinen Tage. Ich meinte Notizbuch und wir beide sprechen nie wieder darüber. Cool? Cool. Ich hab ne grüne Waffe getroppt. Hey. Kannst du sie gerne hören. Nein, das war ich gerade, weil ich Platz für Waffen haben wollte. Die sie eventuell uns gibt. Gibt's denn schon welche Waffen? Nein. Beziehungsweise, wenn sie uns was gegeben hat, dann... Ja, hey. Der ist auch langweilig, oder? Ja, ich glaub, sie hat uns was gegeben, aber es ist nur Schwachsinn gewesen. Ich geh mal verkaufen. Ich geh auch mal verkaufen. Echt? Ja. Und wir dann ein bisschen Spot spielen dazwischen. Im Casino. Ne, das machen wir am Ende. Weg. 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 Wer es nicht golden ist, dann kannst du weg. Ich hab erst eine goldene. Ja. Ja, den Rest nehm ich ja immer. Kann man rufen, oder? Beziehungsweise war ich ja für dich auf. Keine Fragen. Schön, und jetzt fort mit dir. Immer gerne, Kamerjäger. Das ist aber doch ein bisschen Geld. Das Einzustand ändert nichts am Preis. Versorgt und bereit. Na gut, ich hab jetzt 13.000. Mit dir mach ich immer gerne Geschäfte. Du brauchst mehr Platz, dann weiß ich die Lösung. Speicher Deck Upgrade. Ein Schritt näher an deinem wahren Potential. Am Ende bin ich auch mal ein bisschen großart. Ja. Ich hol mir mal verlorene Beute. Ich sag, wenn was Gutes dabei ist. Ein Kamerjäger. Hey. Hast du keinen Fall? Nur aber ein Haufen Zeug, das wir halt... ...dass ich wieder verkaufen kann. Oh, jetzt hab ich ja ein... ...ne Kassenmode für dich. Dass du willst. Ich verkauf einfach, ich interessier mich für die Dinger nicht. Für meine auch verkauft. Die Idee ist cool, aber die Ausführung von den Dingern ist halt nicht gut. Okay, wir haben hier noch eine Quest auf dem Schiff. Das machen wir mal. Warte, ich muss mal ganz kurz... ...so weitergehen. Bitte töte mich nicht! Vielleicht hab ich ein bisschen Erregung bekommen. Verstehen diese Neandertaler denn nicht, dass ich die Vorräte im Labor brauche, um meine Arbeit zu tun? Wie soll ich ohne Spritzen die verschiedenen Flüssigkeiten von einem Ort zum anderen bringen? Unfassbar! Ja! Du kannst ankloppen! Willst du jetzt einen... Sie spielen Darts mit meinen Spritzen! Das ist inakzeptabel! Außerdem weiß doch jeder, dass Spiele nur was für hirnamputierte Schwachköpfe und Rotzplagen sind. Aha. Kann ich mir mal nicht leisten. Na, klasse! Diese hier wurde benutzt, um grenzwertige Pornografie zu verdecken. Hm, sitten strenge Vorstellungen von Sexualität sind sowas von letztes Jahrhundert. ... Beim nächsten Mal hab' ich Zeit! Verschwende bloß nicht meine Zeit! Medizine-Quest oder was? Ah ja, hier. Du siehst doch überall diese ganzen Nadeln. Beziehungsweise den ganzen Quest machen. Warum empfangen wir überhaupt noch Übertragungen über Antennen? Das ist barbarisch! Wir leben in der Zukunft, verdammt! Was? Noch ein Claptrap? Wie schön! Nein! Nein! Ich mein' er war lustig als spielbarer Charakter, aber... Oh nein! Du kannst mich nicht mehr Ronny kennen! Moment! Es gibt jetzt... Warum bin ich in seine Nähe gegangen? Es gibt jetzt einen zweiten von ihm. Ein Weibrecht. Oh Gott. Warum bin ich in seine Nähe gegangen? Was hast du getan, Modi? Ich... Ich musste... Ihm was... Nein! Mein Gott! Warum stehen hier scheiß NPCs? Jetzt haben wir zwei von denen! Oh Gott! Oh, ich bin block... Komm mal ganz kurz her! Und in allem wo du bist? Endlich! Diese scheiß NPCs blockieren die fucking Treppe! Ich hab' ihr die Sachen nachgegeben. Alter! Guten Tag! Danke, Kammerjäger! Und falls du noch wen findest, der meine Spritzen gestohlen hat... Exekutiere ihn! Okay! Tschüss! Mission abgeschlossen! So, nächste Quest! Ja! Mach du mal! Wir müssen wieder nach Prometean! Ich freue mich! Ich lock's hier hin! Das ist wieder der Kaffeebezug! Das ist wieder der Kaffeebezug! Das ist wieder der Kaffeebezug... Und jetzt haben wir den Kaffeebezug! Jetzt sind wir richtig, aber... Jetzt sind wieder der Kaffeebezug! Glockenzeichen! gut was müssen wir jetzt machen keine ahnung ich bin noch im ladebütt schon ich habe ein hochmodernes schiff mit tarnvorrichtung der plan lautet zur orbital-plattform hochzufliegen und die löser zu zerstören oder das nennt man strategie du hast die schulden können wir die nicht irgendwann mal aufschalten das ganze spiel ist einfach nur nervig da warst du nicht kriminell dass man hier mit fahrzug nicht rein kann bis hierhin und nicht weiter da bist du ja mein schiff ist da vorn hochmoderne atlas tarnvorrichtung hier lang sein unsichtbares schiff das explodiert ist mein freund hast du über die bedingungslose übernahme nachgedacht oder brauchst du noch eine ohrfeige von deinem alten kumpel laseroid um deine meinung zu überdenken komm einfach mit dem vertrag vorbei wenn du so weit bist ich freue mich darauf auf atlas in der maliworn gruppe aufgeben zu sehen lieber sterbe ich als atlas diesem aufgelassenen messenbruch dazu überlassen neuer plan neuer plan wir stehlen ein maliworn shuttle mit seinem sicherheitsprotokolle ist dieser schnäuzer zugelassen konzentriere dich finde einfach ein maliworn shuttle und stecke das viperlaufwerk ein ich mach den rest ach da drüben natürlich da drüben ok zeit das viperlaufwerk auszuprobieren stecke es in die konsole sie müssen wo rein wo sie unerwünscht sind das viperlaufwerk von atlas hilft hochmoderne wir sind rein ha ha reese ist der beste high five irgendwer ok ok schon gut hey äh selte dich wenn du dort bist ich mache schon wenn wir sind muss ich anerkennen du musst wirst du hier sein seid ja hallo hallo und ziel für die das die die ich weiß nicht Ich bin auf der Oberfläche, Reese. Hat das tatsächlich funktioniert? Ich meine, natürlich hat es funktioniert. Keine Killer-Sphären in Sicht. Ähm, Killer-Sphären? Nicht wichtig. Nach Zeros Informationen treibt dein Kammerschlüsselfragment den Laser an. Wir müssen nur den Kontrollraum finden. Geht zum Haupttor. Keine Killer-Sphären. Ah ja, klar. Kann man die Wolfenstein-Spiel eigentlich in Multiplayer spielen? Eines aber, das ist in Deutschland indiziert. Ja. Beziehungsweise die Videos und Streams werden ja in Deutschland indiziert. Ich muss mal wieder Wolfenstein 2 spielen. Für ein Spiel. Oder was, Wolfenstein 1? Ich glaube, Wolfenstein 1 war das, wo man auf den Mond... Spiel doch mal Wolfenstein 3D! Ich glaube, das habe ich schon mal. Das ist sowieso das Beste. Weil alte Spiele sind ja immer besser als neue. Angespielt habe ich es, glaube ich, schon mal. Das ist die Sanara, Katagawas Vergnügungsjagd. Man sagt, dass er seine Geschwister bei einer Party darauf umgebracht hat. So wurde er zum Direktor für Fusionen und Übernahmen bei Maliwan. Oh, übrigens, sei vorsichtig. Man muss sich erst an die geringe Schwerkraft gewöhnen. Nö, gar nicht. Oh, cool. Ja, bist du auch nach unten gesprungen? Ja. Ja. Ne, ich bin nach oben gesprungen. Das war der Fehler. Ah ja, ich bin nach unten gesprungen, weil ich dachte, da geht es weiter. Ah, hier geht es weiter. Das sind für dich die besten Mond-Level-Spielen. So. Gar keins. Daktil ist natürlich Daktil, es hat ein sehr schönes Mond-Level. Ja, da ist ein Let's Play, was als einziges wirklich gute Aufrufe macht, weil du versehentlich die ganzen alten Herrschaften ansprichst damit. Das ist der einzige Sissen zu gewöhnen, aber... Eines der wenigen. those geäst du auf die斯ziassen... Glaub ich, was für die und dieétat nicht kam, wenn du auf die mensen die nicht beraten.. Das war so einfach ein ganz schön. Nur, dass du weißt, was studenten, was ich auch nie so machen kann. Und nur für uns und schlust das nie. Ich so schwer, dass du Trickern oder nicht weil du es sagen kannst. Hä, kämpfen in diesem Spiel? Ich lasse mich, nee, ich korrigiere, ich lasse mich von Gegnern besiegen. Ah, das ist schon eher, das klingt schon richtiger. Hier ist irgendwo ein Sniper. Und weiter gehts. Oh oh, da vorne sind ein paar Sicherheitskräfte. Erledige sie. Ich stelle sicher, dass sie keine Verstärkung rufen. Das ist ein wenig. Könnte man hier ein bisschen Hilfe geworfen. Ja, ja, ich bin schon da. Ach da gehts weiter bei dir. Ah, ich bin tot. Mal wieder. Ja. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Ich bin ein Blut. Oh, okay, das ist eine nice Waffe. Die Gegner werden, wenn sie sterben, explodieren. Aha. Viel Spaß damit. Ja, das ist die, die du mir gerade gegeben hast. Ich hab dich eine gegeben. Doch, du hast mir vorhin eine gegeben. Die von dem letzten Boss, den wir versehentlich gemacht haben. Werf eine Granate! Ich hol ein bisschen Geld. Ich geh mal kurz zurück, da war noch ein anderes Gebiet. Ich habe die Sicherheitskräfte. Ich hab mich gerade gesehen. Ah. Warum stirbt mein Karpkamer so schnell. Keine Ahnung Und schon wieder tot Doch schon bald habe ich mir Häuser und Jachten aus wirkofianischem Schinken gebaut und ich habe jede Menge Geld auf der Rage-Rennbahn verloren Da ist auch Schinken Sie haben meine Schinken gefändet Ja, wir werden sowas So bin ich an die Sache mit Skyball gekommen Mann, war das ein Fehler Das ist dann so die konservative Version vom Rebkuchenhaus oder was Ein Jachtausschinken Und noch einer beißt ins Grafen Und das gammelt doch irgendwann Na und, wenn du reich genug bist, dann kannst du die schimmeligen Teile immer ersetzen lassen Mh Leute gegessen Oh, und schon wieder tot Ich habe übrigens Dinkelbot gefunden Dinkelbot Ich weiß es nicht, normalerweise ist das einfach nur ein harmloser Nachbar Nochmal, nur dieses Mal ohne zu sterben Entweder das oder er ist im Seitenbacher Bergsteigermüsli Das geht auch Das ist bei Cosmo und Wanda oder bei den Elfen-Helfen-Inkelberg Ja Und es ist was Goldens gedroppt Ich habe ein Beutogramm bekommen Irgendwo noch Sicherheitsplatte Ah, hier Ich werde schon wieder abgeschlachtet Ich werde ein bisschen Hilfe gebrauchen Alles gut, ich habe AOE an, ich habe 5 Hilfen Sie eine Trophäe aus mir machen Ich werde schon wieder abgeschlachtet, ich könnte Hilfe brauchen Oder auch nicht Nettes Schlachtfest Ich suche einen Weg hinein Stecke ein Viperlaufwerk in die Konsole, damit ich das Sicherheitssystem hacken Und das Fragment finden kann Ah Okay, hier Okay, das Fragment ist ganz in der Nähe Ich öffne jetzt das Tor Auf der anderen Seite wartet Verstärkung, also such dir Deckung und mach sie platt Wieso Deckung? Dann wird man ja nicht sterben Rein in die Basis und steck ein Viperlaufwerk in die Sicherheitskonsole Ich hänge mich rein und orte den Laserkontrollraum Nur sterben Nur noch sterben kann Und schon wieder tot Man kennt's Ich sterbe durch die Gegend Hyperion übernimmt keine Verantwortung für Appetitlosigkeit, verlorene Zeit, Gedächtnisverlust Verdammt Verdammt Du bist echt gut beim töten Echt gut Ich komm dann auch mal rein Ich hab fast schon den ganzen Muni verschossen Der Hauptlift führt runter zum Laser Wir sind so schnell drin und wieder draußen, dass Katagawa nie erfährt wer das war Komm schon auch mal, oder? Ja, ich muss... ist ein bisschen weg Gut, ich spiel das Spiel einfach alleine Willkommen zu meinem Singleplayer Let's play, dass ihr nicht seht Ruf den Lift, er bringt dich runter zum Laser Ich bin noch direkt hinter die Muni Nein Doch bin ich Oh Sie haben ein blaues Auge und Probleme mit dem Retina-Scan Ihrer Haustür? Das Weiberlaufwerk von Atlas bringt Sie rein Hochmodern Bin drin Umgehe jetzt die Sicherheitsprotokolle Ich sag dir jetzt Jetzt Oh jetzt du blödes Oh nein Hurri Spisturs Willkommen Sobald wir die bedingungslose Kapitulation in trockene Tücher gebracht haben Feiern wir das auf der Zanara Das ist meine Vergnügungsjagd Security Tötet den Kammerjäger Das ist die richtige als Sterre Stummere Gegner Ich liebe diesen Job Sterre nicht, damit ich meinen Römer loskriege Geht besser! 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 agricultar Terror Vulkan 遊 Un ife Wir sind ein Duster, was kann man gehen. Ihr könnt uns nicht aus Wasser reichen. Keiner mehr da. Ah, noch hier einer. Warum ist ein Kammerjäger hier? Jetzt sag nicht, dass du meinen Laser zerstören wolltest. Das ist mein Lieblingslaser, Reese. Oh, äh, hey, versteh doch. Diese ganze Lasernummer macht es meinen Leuten schwer, ihrer Arbeit nachzukommen. Ist geradezu tödlich für die Moral. Wen kümmern deine Mitarbeiter? Ich tue das für uns, für die wichtigen Leute, die Vorstände. Aber du ruinierst alles, Reese. Du ruinierst alles, indem du dich vertankst, indem du dich vertankst. Tötet den verdammten Kammerjäger! Halt sie auf! Ich krieg das hier hin! Du musst in der Zeit! Wurden! 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 Du준! Ich sterbe mich geliebt haben! Fissen und Scheisse! Ich bin an der Gürtel, die ich für unser Rollen schiebt. Ich stehe dem Weg. Scheiße, er hat den Lift gesperrt. Mal sehen. Oh ja, Zeit für Geheimagentenkram. Benutz die Lüftungsschächte. Sie führen dich in den Wartungsbereich. Durch die Lüftungsschicht gekriegt. Fantastisch. Mhm. Gut, durchquere den Wartungsbereich. Ich habe vielleicht einen Weg in den Kontrollraum gefunden. Breeze, ich weiß, dass dein dummer Kammerjäger hier rumstreut. Unterschreib endlich den Übernahmevertrag, Kumpel. Sonst... Ziel er ab. Laserfeuer in drei, zwei. Bist durch den Fatschen? Ne, nicht durch den... Nein! Das war mein Lieblingsbäcker! Katagawa, du Monster! Booyah! Und das war erst die halbe Kraft. Wenn du nicht bald unterschreibst, schneide ich dich in Stücke, Rhys. Wie kommt denn jetzt hier gerade dran? Ich war so nah dran, ihn aufzuhalten. Dann hat er sich mit diesen verfluchten Kindern der Kammer zusammengetan. Diese Kurtisten schuften sich zugrunde. Gegen kostenlose Arbeiter komme ich nicht an! Ach, ist da oben. Komm ich aber nicht hin. Ja, ein bisschen Drop'n'Run. Ich bin zu schlechtem Springen. Ach, okay. Du bist auch zu schlechtem Springen, oder was? Ne, ich weiß noch nicht, wo es weiter ging. Ich hab geguckt, ob es vielleicht auch unten geht. Hier oben, da muss ich dann ein bisschen rutschen. Hey, Kinder der Kammer! Bringt mir den Kopf des Kammerjägers! Ja, ich weiß, bis hier unten komme ich. Und dann... Weißt du, wo es hier im Duftrock weitergeht. Beide Beine voll gewinnt! Ach, hier sind wieder Psychos, die gehen wir doch am Anfang an. Ach, da oben, okay. Komm schon, Schlappschwänze! Na, shit! Ich schalte Kammerfieber aus, scheiß dir! Was treiben die denn hier auf den Mond? Arbeiten! Ich schalte Kammerfieber aus, scheiß dir! Du hast dem Dialog einfach nicht zugehört. Ach, ich würde den Dialogen immer so gerne zu, ich sag mal, das ist immer sehr spannend, deswegen. Es ist wie Meeresrauschen, man blendet es einfach aus, irgendwann. Du musst schon was anbieten, was meine Familie will, Katagawa. Tötet den Kammerdieb und ihr verdient euch einen Platz neben mir, wenn wir die große Kammer öffnen. Eine Käsche voll! Nicht jetzt! Lass da! Leergeschubst! Ruhe-lergeschubst! Ahch! Cock environment. Senin ist auf etwas wie Scherm 하irdisch. Es verdient uns abends! In V탁at man ja nicht. Ich lebe für dich! Warum solltest du auch nicht heil gegen? Hier hinten bin ich wieder... ...schande. Erstmal einen halben Tagesmarsch und während... ...und das Baum. Hier ist noch einer. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Orys, Kumpel! Wo bleibt der immer am Vertrag? Mal sehen. Ich muss manchmal Waffen verkaufen. Wie wäre es mit deinem Lieblingsfreizeitpark? Nein! Nicht Lazy Riverland! Alles! Nur nicht das Lazy Riverland! Laserfeuert in 3, 2, 1... Nein! Vater! Keine Sorgeries, auf der Sanara gibt es einen schwerelosen Lazy River für die Ewigkeit. Der Eintrittspreis ist Atlas. Dach! Wir müssen diesen Laser irgendwie deaktivieren! Ah! Irgendwie! Gibt es denn Ausschalter? Was? Ich weiß nicht, ich gucke aber ob sie weitergeht. Irgendwo war doch so ein Arme und Dröcklein geschossen worden! Und der funkte jetzt, dass in den Waren rum ihn herum eridialische Ruinen wären! Das habe ich schon längst gemacht! Als dieses Sidesstrummelseitfest! Als dieses Sidesstrummelseitfest! Als dieses Sidesstrummelseitfest! Und ich habe uns dort immer entspannt! Und jetzt bin ich entspannt! Und ich habe keine Brötchen mehr! Das ist eine Ahnung, was wir hier machen sollen! Ja! Einfach dem Crestbatter nach! Immer dem Crestbatter nach! Wie man da hochkommt, weiß ich nicht! Ich bin oben! Ah, so! Düst ab, ihr Düsen! Es hat sich in meinem Kopf besser angehört! Dann vergessen wir das! Aber hey! Das hat funktioniert! Düsen-C-Funktion in Sektor 35! Was zur Hölle ist hier los? Ich wollte dem Atlas-Hauptquartier gerade einen Iro verpassen! Bringt diese Düsen wieder zum Laufen! Sofort! Oh ja! Beseitige die Kultisten und dann weiter! Der Hintereingang der Einrichtung liegt gleich voraus! Dieser Schacht ist unser Eingang! Du musst nur den Hebel zum Entriegeln finden! Nicht so schnell, Kammerdieb! Meine Familie hat dich zum Fressen gern! Oh Mist! Vorsicht! Faller! Schnauze! Was macht der Schacht? Vielleicht noch! Haha! Du schrittst doch was du verdienst! Du Pippchen! Und den Jones-Tausch! Und den Jones-Tausch! Was ist so mit mir? Keine Mention mehr Ich räume hier mal ein bisschen auf Ein Blucan Und ich bin tot. Keine Sorge, die Gegner auch. Und ich bin tot. Dann kommt zurück. Zurück in den Kampf! So konnte ich nicht springen. Das ist gut, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Kommen wir hier rein, oder was? Auf den Schacht. Eben mal den Quest-Macker nach. Ich bin tot. Aber der ist jetzt hier irgendwo. Öffnen in den Schacht. Hier ist ein Hebel. Es gibt immer einen Hebel. Was? Nichts? Ach komm schon! Hey, ich hab dich in die Faschisten-Maliwan-Basis reingebracht. Wo bleibt die Blut? Ich hab soeben herausgefunden, wie ich Katagavas laserhacken kann. Der Kontrollraum ist gleich davon. Steck ein Weiberlaufwerk ein. Atlas hochmodern. Ich bin hier grad... Sind das Killersphären? Oh nein! Ich meine ja! Aufpassen! Wettbewerber angegriffen. Ich bin verloren. Das ist das End-Boss-Kampf. Ich bin jetzt in der Basis von der... Ja. Ist das jetzt der Endkampf, oder was? Führe Todesschuss. Nein! Das ist noch nicht der End-Boss-Kampf. Wie komm ich denn jetzt an die Rand? Oh, oh, oh! Moment, 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 Moment! Ich hab ne Idee! Ich kann eine dieser süßen Sphären übernehmen und dir helfen! Such dir eine für mich aus! Du hast Marlimon gerade vieles Gerd gekostet! Todpreislich Willkommen! Bist du auch hier? Nein, die stinkt nach Red's Pisse! Da sind schon ein paar... Kriegende Roboter. Ja, ja, wir müssen... Wir müssen erstmal den Fest durchmachen, wie man sollte es. Ah, zu groß! Und nicht mein Stil! Die da ist perfekt! Sie passt zu Rhys! Rhys! Setz das Viper-Laufwerk ein! Splitter! Versteht! Kriegende Roboter sind ziemlich nervig. Ich weiß nicht! Ich glaube, ich konnte feststellen. Ich bin drin! Wow! Anti-Schwerkraft-Antrieb. Komfort-Abstattung. Oh, ah! Und die Stimme klingt auch gut, oder? Nicht irgendwie... verändert? Weiß nicht! Du klingst wie immer! Ach, haha, danke! Ich denke, ich krieg das in den Griff! Also für die Akten, das hier ist keine Sonde! Nenn mich bloß nicht Re-Sonde oder so! Ok, folgen wir mal der Rhys-Sonder. Nein, wir folgen seinem Bällchen. Nenn mich Rhys-Sphäre. Wow, nicht der Zungenbächer. Rhys-Sphäre. Jetzt habe ich wirklich gewöhnt. Nenn mich Rhys-Bällchen. Du hast es vorher gesehen. Ja, weil ich den Classtext gelesen habe. Sphären-Scan abgeschlossen. Sehr gut. Hier lang geht's zum Kontrollrauben. Ach, scheiße. Das ist eine Vergnügungssphäre und keine Killersphäre. Ich habe hier Gleitmittel, Musikprotokolle und atmosphärische Beleuchtung. Oh, 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 er hat gleich die Gleitcreme gesagt. Das wäre lustiger, wenn es nicht genau so gemeint wäre. Wer die Gleiter bringt, bekommt eine Zwei-Stunden-Karte für die Sonara. Sie ist gerade im Orbit. Und dort gibt es einen Brunnen mit 25 Nacho-Käsesorten, Massagen mit Skatöl und private Kammern mit unseren Service-Boards. Das alles ganz ohne Fragen. Ich bin ja hier nicht der Schuss, glaube ich. Mit dem... Das zweite Teil, immer noch von Steam verschwunden, oder nicht? Vielleicht hat der Red-Stream's Red-Trace, oder? Ja. Ich habe ihn noch nicht gespielt, aber... Ach, du hast ihn. Ne, ich habe ihn nicht, aber... Ich müsste ihn noch kaufen, habe ihn noch nicht gespielt, aber steht auf der Liste. Wie gesagt, er soll angeblich von Steam plötzlich verschwunden sein. Also soweit weiß jetzt er da noch. Und wie sollte der verschwunden sein? Weil... Das ist ein sehr sexuelles Spiel ist und Steam manchmal wird. Ich glaube, die alten Spiele kannst du auch noch auf Steam irgendwie kriegen. Ich weiß, deshalb wundert es mich. Und die alten Spiele sind deutlich problematischer. Lass an! Hä, wieso denn problematisch nur, weil... Soll ich hier passieren? Effekt! Hör und Funktion! Die ultimatischen und den Franzer und der Schreie zusammen! Warte mal! Gott! Scheiße, Mann! Kannst du mich mal wieder benehmen? Wo bist du? hinter dir ja ich sehe dich mit india ja nicht los ja cool ich sehe dich halt nicht wenn man das die leichen rum kriegst ich bin in die gelaufen ja vielleicht solltest du nicht mehr laufen dich auch sehen kann der pomp wird nämlich nicht angezeigt wenn du in mir bist kann ich nicht drücken bzw ich weiß nicht was genau ist er lebt nicht so selten wieder gekauft nur genau genommen warte ich hier du zerstörst die server und kommst wieder her was tut es wir sollen so weit zerstören ich bin ein paar große roboter aber ich weiß genau das habe ich gemacht oh no ich sterbe schon wieder ich auch fantastisch willkommen zurück kleiner freund mein drang zu töten ist nur noch größer geworden ich denke da geht es nicht gar nicht ich denke da geht es nicht gar nicht ich denke ich muss nicht mehr weg wer durch die knarre lebt Ich bin ein Vulkan. Du erlebst mich kurz wieder. Wo ich dich finde, äh, verbindet mich wieder. Ich helfe dir. Du wirst hier beliebt. Auf die Beine! Alles wieder gut. Ich bin ja nicht so wie du. Ich bin jetzt wieder. Du hast deine Nase für Schätze, wie ich sehe. Sollten wir die zerschießen? Ich hab's ja besser gemacht. Ich auch. Gut gemacht. Und jetzt zurück. Dein Kammerjäger flitzt noch immer hier herum. Du gibst wohl nicht auf, was Reese? Das war's. Sag lieb wohl zu deinem Lieblings-Frogurt-Stand. Nicht Franz Frogurt. Alles aber nicht Franz Frogurt. Ich mein, die die haben... Franz Frogurt. Lusthaft. Ja. 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 Ich hab' die Doppelhaus-Frogurt. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Billiger ist ein Haus. Und es gibt zwei davon. Und man kauft jeweils nur die Hälfte. Von dem ganzen Gebäude. Ich mein' das Wort an sich, diese Wortschöpfung verstehe ich nicht. Das ist ein Doppelhaus... äh, äh... Ich hab' das Wort an sich selbst schon. Also Doppelhaus-Frogurt ist ja wieder ein Haus. Ist ja wieder... Nein, das ist doch natürlich eine Doppelhaushälfte. Die Hälfte eines Doppelhauses. Ein einzelnes Haus wäre freistehend. Für solvente Kunden ist der Tod nur ein vorübergehender Rückschlag. Shit. Das könnte ich die ganze Zeit machen. Warum wird hier Jazzmusik gespielt? Sei kein Nares. Deine Angestellten sind nicht wie wir. Sie würden dir für einen zusätzlichen Urlaubstag in den Rücken fallen. Ich dagegen sehe dir dabei wenigstens ins Gesicht. Denn so macht man das unter Bros. Ich hab wirklich viel Jazzmusik oder hast du auch Jazzmusik? Ich hab's auch. Ich hab's auch. Elektro-Jazzmusik. Das hätte Atlas eh übernommen. Wenn nicht Mali-One, dann Jacobs, Vladov oder vielleicht sogar Tedior verdammt nochmal. Das ist der Gegner. Verteidige das weiß nicht. Sonst muss man ihn auch noch verteidigen. Ich werde dich zu uns begegnen. Ich wollte es so schmerzfrei wie möglich für dich machen, Rhys. Ja, ich habe viele deiner Mitarbeiter getötet, sehr viele, aber so läuft das eben in der Geschäftswelt. Ich bin drin! Kammerjäger, Lisa, Feuer! Rhys! Neue Koordinaten, einkriegt. Bekanntes Ziel, wie der Team ist hier. Vanara, Vergnügungsjagd der Klasse 2M. Die Sperre, überschrieben. Feuersequenz, in die E. Aha. Feuersequenz, sofort überschreiben! Security, tut doch mal! Sieht nicht schlecht aus. Laserfeuer in 3, 2, 1... Sayonara, sanara! Ohohohoho, scheiße! Das war der Hammer! Leck mir die Eier, Katagawa! Ach komm schon, verdirb mir nicht die Freude! Ich meine, was ist schon die Zerstörung von Privateigentum im Rahmen eines Übernahmekriegs? Okay, eine Sekunde! Gut, du kannst das Fragment jetzt da haben! Und Katzin. Da ist es! Das Fragment! Nicht so schnell! Das ist doch von meinem großen Ball besiegen! Oh nein, keinen großen Ball! Hä, Moment! Ich hab das was verflösen. Ich hab das was verflösen. Ach, für ne Scheiße hier! Mann! So, endlich! Kannst du mich mal grad wieder bedieben? Nein, kann ich nicht. Ich schließe. So ein Scheiß. Ich mach ihm super viel Schaden, weil das echt ne effektive Schildwaffe war. Dann mach halt den Lustkampf ohne mich. Ja! Ja, es ist vorbei! Du hast es geschafft! Hol dir das Fragment! Uh! Zwei Legendäre! Ja, du machst Bosskämpfe ohne mich unter die Waffen. Ja, fantastisch. Ja, sorry. Du hast sie meistens halt vom Bosskampf allein verbracht. Ich hab grad die Waffe gewechselt. Ich hab seinen ersten beiden gemacht, dann bin ich gestorben und dann hast du die anderen beiden gemacht. Siehst du, ich hab zwei Drittel gemacht. Gut gemacht, Rhys. Danke. So kannst du den Rest haben. Bei dir liegt wahrscheinlich was Legendäres auf dir. Ruhe in Frieden, Rhys-Bällchen. Ruhe in Frieden. Das ist der zweite Teil des Kammerschlüssels. Und wo liegt denn das Zeug? Bring ihn zu mir auf die Sanctuary. Bei mir. Geht gar nichts. Oh, yes. Geht eine kleine Pistole mit 94 Schaden. Und was für dich. Eine weiße Waffe. Fantastisch. Ja, sehr schön. Du kannst das Schild haben, was ich hab, oder ich geb dir was von dem hier. Moment. Ja, hier, nimm die hier. Die ist auch cool. Die hab ich die meiste Zeit jetzt benutzt. Das ist die, die die Gegner explodieren lässt. Das ist die, die 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 Gegner explodieren lässt. Äh, ne, die müsste ich, äh, ne. Da müsste ich gegen den, wenn er ausbricht, ne, das ist, ne, das ist, obwohl es eine andere Waffenart. Dann krieg ich mal Raketenwerfer nicht, dann kann ich's. Ach, der. Der kann ich da oben. Dann weiß ich nicht die beiden leider, aber. Die ist auf jeden Fall super stark. Wir müssen mal gegen Raketenwerfer tauschen. Ja, ich hab keinen Raketenwerfer mehr. Ich benutze seit Ewigkeiten keinen Raketenwerfer mehr. Ja, die sind auch nur so cool, wie man sie macht. Ja. So, wo geht's jetzt hier raus? Da hinten irgendwo. Ich geh auf die Map und schnell reise. Nehm den Aufzug. Ja. Wir müssen noch mal kurz rein, hier ist noch eine Sidequest. Die nehmen wir noch mit. Ah, okay. Bin gerade am Aufzug. Ach, die wie die Sidequest. Ich suche sie mal. Okay, da vorne in einem anderen Gebiet. Ach. 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 Ich hab's noch ein paar Level aufgespielt, mit denen wir nicht einfliegen sind. Ach, schön. Probier mal, rad die Waffe aus. Ja. Wie gesagt, die lässt halt beim Final den Gegner explodieren. Das ist gut für, ähm, Area Schaden. Ja, noch schlecht. Ich hab' damit grad den halben Bosskampf gemacht, bis ich gesehen hab, der hat chillt und dann hab' ich halt auf irgendeine random Elektro-Waffe gewechselt. Du wolltest ne Pest absolvieren? Ja, ich bin auf nem halben Weg. Ich hasse es, dass hier so wenige Schnellreise-Dinger sind. Muss jetzt wieder durch die halbe Map rennen. Ach. Wie wär's mit einem DIN? Du stirbst. Ich sterbe. Ach. Nö. Ich war schon wieder. Überlegene Feuerkraft entfesslich! Der Killer ist einfach nur einer ziemlich starker Säuren-Schaden. Na ja. Wie kann man denn überhaupt hinunterlangt? nach oben können wir durch den Tunnel reingesprungen und wieder hoch können wir darüber nicht ich habe gerade wieder ein Bällchen wo steckst du gerade? tot ich habe gerade eine halbe Armee auf meinen ja das ist schön, boah ich hasse die Übersichtlichkeit von dieser Scheiße warum werde ich direkt beim Spawn von der Kugel angegriffen? dann lass uns zurück zur Sanctuary und den Quest ignorieren ja ne, wir nehmen doch schon mit was ist das für Scheiße hier? wir gehen wenn du schnell reisen kannst, schnell reiß einfach kurz ich bin mir gerade mit nem Kampf ja voll und die auch, ganze Scheiße ist mir voller Kampf ich bin auf dem Respawn-Pet gestorben alter es gibt keinen Respawn-Pet, es gibt keinen Schnellreisepunkt hier ich weiß folg mir dem Quest Marker, die kann ich hier abhauen keine Ahnung wo der ist am anderen Ende ja beim Puth wahrscheinlich und die hat ich tun vielleicht Ich versuche jetzt noch einmal zu diesem Punkt dazu kommen, damit ich das Zeug annehmen kann und dann war es aber auch viel Spaß dabei zurückzufinden. Ok, hier offensichtlich nicht. Hier oben müssen wir nach. Du Scheiß, das ist ja komplett. Hm, aber man kann sich dorthin teleportieren. Warte noch ganz kurz, dann... Ich bin vor Ort. Ja, warte noch ganz kurz, wenn ich noch mal drauf gehe, dann kannst du... Los gehen, bis dahin würde ich ganz gerne noch versuchen, hier irgendwas zu reißen. Ich sag Bescheid, ich bin hier. Im Schnellreisepunkt. Läuft alles nach Plan! Und jetzt raus hier! Die Munition schießt sie nicht von selbst! Immer gerne Kamerjäger! Sag, wenn du bald bist! Ja, ich musste hier nur irgendwie kurz hoch. Puh, dann kann ich von hier aus hier rein. Von hier aus dahin. Mal Hilfe! Hilf mir, den Krieg zu beenden! Jetzt! Lass dich nicht von der Uniform täuschen! Ich bin ein Undercover-Agent von Atlas. Mein Team war hinter wertvollen Informationen her, aber... Die Mission ist leider schief gelaufen. Ich bin gerade noch so rausgekommen. Aber Atlas-Soldaten sterben nie! Ich natürlich... Und... Natürlich! Das gesagt jetzt... Hast du jetzt gesagt, dass da mich die Schnellreise aktiviert? Ich... Bleib... Ich... Bleib mal sehr ruhig gerade. Ich habe dich vermisst, kleiner Freund! Bring das Fragment zu mir ins Labor, Kamerjäger! Ich habe mich immer über die Größe der Kammerschlüsselfragmente gewundert. Vielleicht waren die Eridianer größer als wir? Oder stärker? Ich werde dieses neue Fragment allein untersuchen. Ich gebe jetzt kurz... Ich gebe jetzt kurz das Loot-Ding ab, was ich bekommen habe, und dann... Okay, wir müssen... ... was von Fragment abgeben. Wir müssen was abgeben. Wir müssen was abgeben. Keine Ahnung. Wahrscheinlich von dem Cockpit. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Cool, ich habe legit gar nichts bekommen. Okay. Danke für das Eridium, du kacke Farmer! Toll. Ich mache dann mal die Mission. Komm nie mehr wieder! Wie läuft's? Gut, ich kann nicht irgendwo... ... die Skate-Punkte verschwenden. Gut, ich kann nicht irgendwo... ... die Skate-Punkte verschwenden. Dann bist du schnell gereist, weil du... ... nicht nachdenken kannst, offensichtlich manchmal. Ich habe gesagt, du sag Bescheid, wenn ich schnell reisen soll und hast jetzt gesagt. Das war ohne... Das war ohne... ... das war mit anderem Kontext, der eigentlich rauskam. Dann weiß ich nicht mehr das wissen. Du hast es doch jetzt gesagt. Du machst jetzt einfach die Mission. Ja. Das war eigentlich ziemlich eindeutig. Ja, eindeutig, dass damit gemeint ist, ich habe es jetzt angenommen. Tja. Du kannst aber auch schnell reisen immer jederzeit ablehnen. Ich weiß ja. Ich habe nicht gesehen, dass du schnell gereist bist. Was ist das? Ah, fantastisch. Keine Gegner mehr da. Ja, toll, dann bleib halt mal stehen für ne Sekunde. Mein Gott, muss das nicht. Jetzt, vielen Dank. Nun spüren so ein Metz hier unten. Ah, ich geh einmal kurz hier hinter, guck ob der Typ respawnt hat. Nein. Hier ist aber auch nur ein Gegner. Wo ist der Gegner? Ich mach wieder Dinkel Bot. Ich will jetzt Loot von dem habe. Ich geh zu Quest. Ah, ich kenn wieder mein Überleben. Ist ja schon. Und den Gegner an der Sicht. Ah, jetzt ist er tot. Ah. Ah. Ah, das ist das Problem. Ah. 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 Ich hab's immer ausgeschaltet... in legendärer Sache... Voltukam... Ach du auch! Was bringt das? Äh, gibst du bei dem Typen unten im Keller ab und dann solltest du eine Belohnung kriegen. Ich hab beim letzten Mal nichts bekommen. Dann noch weiter Zugfest. Verdammt still hier gerade. Ja. Ja. Scheiße! Durchsucht die Leiche! Wir brauchen die Information! Nicht da? Verdammt! Sieh dich um! Die Infos müssen irgendwo sein! Ich verrück gerade da im Tier. Oh mein Gott, bist du da! Da sind die Infos! Also? Im Klo! Hören wir mal rein! Nur noch ein paar Dinge im Vertrag, die wir klären sollten. Klausel 27. Maliwan erhält exklusive Rechte an aller iridianischen Technologie aus der Kammer. Einverstanden! Wunderbar! Einfach wunderbar! Und weiter! Wunderbar! Interessant! Ich frage mich, ob Katagawa was Heikles über die Kalypsus hat! Wir könnten es veröffentlichen und ihr Bündnis mit Maliwan zerschlagen! Vielleicht würde das Atlas auf die Sprünge helfen! Ha! Nicht, dass ich noch große Sprünge machen würde! Hm. Ok. Ich glaube, es ist wie das poch war. Ich displayed schon ein ganz anderes Rennen der Map. Ähh. Scheinbar. Ich guck gerade.. Wie kommen wir denn dahin? Wieso? Wir sind irgendwie nach unten. Ich seh da grad etwas, was mich interessiert. Moment. Wir müssen nach oben. Das ist eine Dotmaschine. Ja, ich such sie gerade. Ja. Warum die Fensterw sofa Wasser nimmt alsoо Keine Ahnung, wo ist denn dieser Mist? Das ist eine super unübersichtliche Map. Ich weiß nicht mal, wie man aus dem Laden hier rauskommt. Vielleicht über die Fahrstube. Nee, das eine da scheint tatsächlich der Punkt zu sein. Die Startmaschine ist da drüben. Einmal nix. Dahinten kommen wir runter. Ist die Startmaschine. Okay, ich folge. Die kannst du 1080 spielen. Jaja, ich bin gleich da. Ach, da runter, okay. Cool. Wenn du so viel Geld dafür ausgehen willst. Hä, natürlich. Ach, du bist hier eine Waffenkiste. Ja, die loot ich gerade. Nichts Gutes dabei. Oh, ne Beute. Au. Das ist kein Explosiv. Ja. Gut. Ich hab noch ein bisschen Geld. Das war ja mein Geld. Ah ja. Ich hab noch ein bisschen. Ja. Das war ja mein Geld. Schön. Was nicht. Ich hab noch ein bisschen. Ich hab noch ein bisschen. Ich wollte den Spruch einfach mal sagen. Und wo bist du jetzt lang? Gut. Ich geh gerade wieder dahin, wo wir gerade den Bosskampf hatten. Weil ich glaube, dass wir da hin müssen für die Quest. Du glaubst. Ich hab's zumindest auf der Karte gesehen und es wirkte so, ja. Wo war der Bosskampf? Da wo ich lang geh. Ja. 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 Und ich bin tot. Mach mal nicht. Ich bin totgesprungen. Ich wollte mal ein bisschen gucken, was dort im Abgrund ist. Ah. Ja. Ich hab keine Ahnung. Wieder am Leben? Das kann ich mir gar nicht leisten. Dann bist du zu fest gekommen oder wie? Ich kämpfe gerade hier gegen ein paar Typen. Ah. Scheiße. Ich mach doch mal wieder. Ach komm ich mach. Ich spring hier immer in diesen Abgrund rein. Tötet den Kammerdieb und ihr verdient euch einen Platz neben mir, wenn wir die große Kammer öffnen. Ich kann gar nicht abbauen. Mach mal hier das Jumpin' Run. Mach das. Ich mach's. Du währenddessen die Pest fertig. Ja. Ja. Ich krieg mal einfach hier. Oh nein. Mein Tier ist... Mein Tier ist tot. Na shit. Ah. Ich kann's einfach respawnen lassen mit der Fähigkeit. Cool. Hast du verschiedene Tiere aus denen du wählen kannst? Ja. Drei. Das ist einer. Laufst du immer mit dem einen rum. Ja. Weil die anderen eher nahkampf sind und der hier kann Säurefischer werfen. Ach da bist du. Ach da bist du. Ich bin tot. Ich glaub ich hab die Gegner gefunden die nicht ausgescheitert haben. Ich kümmere mich darum. Ich lebe für den Scheiß. Ich kümmere mich noch. Ich kümmere mich noch. Viel Glück im nächsten Leben. Hm. Das geht mal nicht. Getötet von der... Ah. Und jetzt raus hier. Gibt es hier zu Presto da? Ja, irgendwo hier. Ne Quatsch, wir sind wieder falsch. Wir müssen wieder drüber zu auf den anderen Dingen zur rüberspringen. Ich habe da unten was gesehen. Das ist vollkünftig irgendwo in Schnellreisenden. Man kann hier unten nicht Schnellreisen. Wir haben einen Schnellreisepunkt. Tut das Caps ab. Auf der Karte. Ja, die Quatsch habe ich glaube ich schon mitgenommen. Wenn du hier noch mitnehmen kannst, dann mach. Ich weiß nicht, wie ich hier irgendwo hinkomme. Ich gehe jetzt zu zum Schepper. Warum? Ich fühle mich hier eh nicht zurecht. Und dann hole ich mir mal einen Kaffee, Modi. Dann mach du mal die Quest noch zu Ende. Die Map ist halt auch einfach scheiße. Das ist immer eine kurze Kaffee-Pause. Sagt wahrscheinlich, wenn ich schnell reisen soll. Du kommst wahrscheinlich dann rein, wenn ich niese und das klingt wie jetzt. Ja. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte da hochklettern können, sich da drauf stellen und dann da hoch. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Und jetzt gehen wir den ganzen Blick zurück und klauen den Raumschlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Die gehen wieder zurück. Oh mein Gott, sit deep. Ja. Und die beiden brechen aus. Ausgerechnet die beiden. Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Dann lernen die vielleicht doch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Das ist überhaupt nicht auffällig, oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, kannst du es natürlich versuchen. Aber wenn es nicht klappt, dann... ... solltest du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Zeit hier für mich ist. Ja, ganz ehrlich. Ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause ist sinnvoller als das. Dann lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind künstlich steckt... Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werden. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Tja. 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 Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit zu? Äh, du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du sollst es nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha. Okay. Oh, linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen. Deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Ja. Okay. Hier müssen Beine ran. Ich mache das Baumfern mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit. Von daher, warum solltest du es nicht tun? Ja, natürlich. Ja. Ja. Das ist eine Grundsatzung. Ja. Ja, natürlich. Ein bisschen eine Fein geführende Stimme. Ja. Gute Nacht, Deiners. Jetzt bin ich noch kurz drinnen. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Vielleicht kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht früher vorgesehen ist. Kommt hier mal landen. Schaut mal, wo wir sind. Der Griff von der Gemeinschaftsraum. Der Griff von der Schlafsiedler, um genau zu sein. Dafür ein paar von dem Griff von der Gemeinschaftsraum. Wir haben uns reingebracht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Wir haben jetzt sogar Flopulber gefunden. Können wir jederzeit hier hin, oder was? Ich weiß, Kopfnose nick. Ich weiß, Kopfnose nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Ob wir büfen in der Gemeinschaftsraum. Was jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Freiheit. Hier und ich ernähre. Bis draußen ist dann ein Gents. Ich weiß, ob du mein Vater ist. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Und etwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcelles falsches Spiel auflegt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier fährt. Dann hat jemand gefragt, ob er überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey, geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was und eine dünne Säule aus Frotte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Nein. Sommische Fläscherpuss kriegt ja auch nicht. Nein. Der ist unser Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. 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 Ich habe gar nichts gemacht. Er wollte mich nur beschütten. Er wollte... Mir reicht es jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Nein. Nein. Melst du. Ich weiß nicht. Melst du. Der Scheiß-Vater. Geh in der Zimmer. Wirst du deinem Kind nicht wehtun. Was für ein großer Vater. Wie ist diese Drohung jetzt alles. Magenfüße und alles alles. Alles blau. Das muss kein Wissen. Und auch hin. Und du musst es doch hin. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern. Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlag jetzt, Süßchen. Mit. Du kommst hier, glaube ich, nicht rüber. So schnell. Äh, nö. Wir können hier ein bisschen rumrennen. Ich bin froh, dass du fertig wirst. Ach, du bist am Sterben. Ich habe herausgefunden, dass das andere Haustier mich permanent heilt. Ich kann aktuell nicht sterben, solange das Ding lebt. Ach, cool. Dann sollst du das andere nehmen. Ja, ja. Ich habe schon gewechselt. Sehen die alle ähnlich aus, oder? Nein. Hm, du bist unter mir. Ich sammle ein bisschen Geld. Das bin ich immer. Eine Waffe nimmt es Dad. Setzen den Download fort. Wir sind fast fertig. Aufpassen. Ah, hast du erst mal Süß als Spotspiel gekauft, oder was? Sie sind widerlich. Wie könnt ihr sie auch nur anschauen? Geworfene Waffe explodiert kurz nach dem Auftreffen. Ja, ja. Du bist so naiv. Meine Familie kämpft für mich. Sie opfern sich für mich. Sie kämpfen um meine Liebe. Ich habe hier eine goldene Pistole aufgehoben. Familie ist die mächtigste Waffe in diesem Universum. Sie kann entsichert plus 129% Waffen schaben. Was? Verdammt. Noch mehr Security. Das wird immer besser. Ich habe hier eine Waffe, die plus 129% Waffen schaben. Was hier als Henkers Mahlzeit. Mhm. Wir werden angegriffen. Wir brauchen Verstärkung. Wenn es verdoppelt ist, macht es dann 200. 3, knapp 300 Schaden. Ja. Kann ich dir mal geben, bevor ich sie verkaufe. Das ist vielleicht... Und ein Verstrahlungskanone. Und ein Verstrahlungskanone. Oh, schade. Das sind unsere Gegner schon die ganze Zeit. Sekunde. Ich glaube, ich habe versteckte Infos gefunden. Sobald ich diesen Krieg gewinne, werde ich diese Kalypsos auf die Sonara einladen und ihnen die kranken Köpfe abhacken. Und dann bringe ich jeden ihrer blöden Anhänger um. Jackpot. Das habe ich gesucht. Jetzt müssen wir das nur noch senden und abwarten, wie die Kinder der Kammer reagieren. Sobald ich diesen Krieg gewinne, werde ich diese Kalypsos auf die Sonara einladen und ihnen die kranken Köpfe abhacken. Und das bringe ich jeden ihrer blöden Anhänger um. Er sagt, er will die Gottkönigin umbringen. Macht sie kalt. Oh Mist, aufgepasst. Da kommen ein paar scheiß Banditen auf uns zu. Macht sie platt. Da habe ich Schnellreise gesagt. Was sagst du so, Schnellreisen? Nein. Der Gegner ist nur guck mal eine Fünf-Malte hoch. Ach geht's. Wo? Liegt hier an dem Startpunkt rum. Was ist mir eingesammelt. Ich springe hier rund um den Startpunkt rum. Und hier ist ein Verkaufsautomat. Ich würde sich vielleicht mal die Zeit nutzen. Oh Mist. Okay. Geh an die Konsole. Wir schicken die Informationen ins Hauptquartier. Du hast Feinde. Ich habe Munition. Willst du die goldene Waffe mal ausprobieren oder soll ich die verkaufen? Ich probiere die gleich aus. Ich werde da erstmal die Kräfte fertig machen. Wir tragen die Informationen in der ganzen Stadt. Vielleicht wendet sich dann das Blatt. Was ist das für ein Licht? Keine Fragen. Oh, fast vergessen. Deine Belohnung. Du weißt, wo du mich findest. Mission abgeschlossen. Dein Subquartier hat sehr viel Spaß. Ja. Oh toll. Wir haben einen legendären Waffenschmuck bekommen. Wie viele Wettmeer sind das Beine? Nein, ist das nicht. Schade. Böser Blick. Wenn du einen bösen Blick bekommst. Mhm. Ja, jetzt darfst du. Böser Blick. 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 Haben wir jetzt alles aufgeschlossen, auf dem Mond abgeschlossen werden. Mhm. Dann kriege ich mal die Quests, die du gelöst hast, darf ich sie abgeben. Oder auch nicht. Hat mich verwirrt. Ja, ich würde dann auch mal gerade meine 10, vielleicht 15 Minuten Pause machen, wenn du nichts dagegen hast. Okay, ich laufe hier ein bisschen auf dem Schiff rum. Alles klar. Bis gleich. Okay. Ich habe eine Frage, die wir hier haben. Eine Tonne Eridium ausgegeben. Und hier steht er. Kugeln am Bomben. War mir ne Freude. Wenn du das kaufst, kannst du mehr tragen. Du weißt doch, dass du das willst. Es anzustarren ändert nichts am Preis. Was habe ich für Waffen gerade? Was ist das für Waffen gerade? Bei Söldnern ist es wie bei Händlern. Nur mit einem guten Vorrat kommst du irgendwie durch. Ich töte dich. Ich töte dich! Tut mir leid, ich meinte jemand anderen. Wo gebe ich diese Kust ab? Wo gebe ich diese Kust ab? Nein, sicher doch. Aber in Ersten. Kretzen sind gegenüber ganzen Minnerwert nicht. Oh, genau das sage ich schon seit Jahren! Du verstehst mich so gut! Ah ja. Kamerjäger! Schön dich zu sehen! Was ist das hier mit? Was ist das hier mit? Was ist das hier mit? Es muss eine Etage weiter oben und dann müssen noch diese Wette unten sein. Was ist das hier mit? Es gibt auch immer etwas zu tun. Na toll. Du bist nicht mein Boss. Du bist nicht mein Boss aber, auch zu despfehlt. Ich kann mich dazu. Wie Vai! Wenn du willst, kann ich das mit ihm verraten? Wie wird es nicht! Du bist in mir. Was ist das für mich? Du bist. Du bist. Du bist heute bist. Du bist nicht in mir. Du bist in einem Leben. noch ein Schirm gehts ja wo Geruch her, hier Du darfst jetzt gehen. Komm zur Besprechung auf die Brücke. Wir können nicht aufhören. Es gibt noch zu... Ein glänzendes Cap für den glänzenden Cap. Mann, sehe ich gut aus. Der klassische Stil kommt nie aus der Mode. Ich... Ich glaube, ich kriege darüber ein paar Radiosender rein. Merkwürdige Zeiten. Wie ein witziger Metallhierob. Voll krass. Wow! Und jetzt habe ich immer und immer einen Schatten. Das war Fragment Nummer 2. Ich frage mich, wo sich das heute versteckt. Hallo, was zu ihm. Und es bleibt keine Chance bei meinem Robohirn. Es gab mal so viele von uns auf Pandora. Ich mach mal noch nicht mit dem Wind. Ich mach mal noch nicht mit dem Wind weiter. Oh, ich mach mal noch nicht mit dem Wind weiter. Ja, ja, ja. Recht will Modi das hin. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ist aber nicht schlecht. Ja. 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 Soldaten mit Stil Ich habe noch etwas zu kaufen Munition! Ohne ist man einfach nur ein Weichei! Oh, hey! Hier haben wir uns im Chat. Hallo Reisenden! Und willkommen Psychonuria Ach egal, ich spreche schon mal mit ihr. Du führst Malibor und der Brausen, ordentliche Borkiller. Dank dir könnte Atlas diesen Krieg tatsächlich überstehen. Aber wir dürfen die Kammer nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen vor den Kalypsus dort sein. Das ist unsere Mission. Ich hoffe den Leuten auf Athenas geht es gut. Melden wir uns bei Reis. Er meint er hätte Informationen zum letzten Schlüsselfragment. Ach, ich denke ich nicht. ... ... ... Hey Leute! Danke für die Hilfe bei meinem kleinen Todeslaserproblem. Ein Höhenflug für die Moral! Gern geschehen! Du weißt also, wo das letzte Schlüsselfragment ist? Ich sehe dich und schon ist mein Tag schön. Das hast du uns die ganze Zeit verheimlicht? Ich sag doch, Typen mit Schnäuzer kann man nicht trauen. Das ist ein Belagerungsschnäuzer, okay? Schlüsselfragmente sind Milliarden wert. Allein der Nutzen der Forschung würde Atlas über Jahrzehnte profitabel machen. Ich habe bereits einige Experimente damit gemacht. Geschmackstests und so'n Zeug. Aber ihr habt es euch verdient. Wir wollen es haben, auch wenn du daran geleckt hast. Irgendwas stinkt! Warum bin ich so klebrig? Ich hasse das! Hm. Kleine neue Waffen. Ich kann es kaum erwarten, wir heute Abend. Was bequemer ist! Es ist effektiv viel Fleisch. Kein Schaden. Die Strahlungsschock werde ich verkaufen. Wir sehen uns! Ah, die Meridian geht es weiter. Fantastisch! Die Kamelejäger! Die würde man im Händenmodi eventuell haben. Ja. 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 Nein. Fragen. Immer gerne Kammerjäger. Der nächste. Hey Kammerjäger. Bis später Kammerjäger. Das ist echt gut. Bis später Kammerjäger. Tschüss. Noch ein bisschen Waffen abgeben. Scheiße. Jetzt habe ich mir eine Zunge gekauft. Das Meridian-Mitro-Mitro-Klicks. Ich weiß nicht, wie das... Das Meridian-Mitro-Klicks. Schnellreise. Moment, es war die 1. Ich werde das Auto abholen. Achso, die Sattel ist da unten, alles geht auch noch verkaufen. Langsam Feinde, naja. Ein bisschen Loppel zu verkaufen. Nö, das wollte ich nicht. Hier brauchen wir nichts. Das hier ist ein Schwarzmarkt. Oh, eine goldene Waffe. Was ist das wirklich gegen Pesh? 357 Waffenschaden. 510 Schaden. Das ist ein Schwarzmarkt. 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 Und ein Schwarzmarkt. Der ewige Kreislauf, Waffen kriegen, Waffen kaufen. Mein Lieblingskunde! Du hast etwas Geld, gib doch was davon aus! Die Zeuge, was? Gut, das Katagawa sonst nicht mehr. Oh Mist, ich werde ja auch irgendwann sterben. Der ewige Kreislauf. Wir bieten jetzt auch den Ein-Klick-Einkauf an. Mach deine Waffe Klick, ist es Zeit zum Kaufen. Und da ist nur der Druck. Wir schießen, mehr kaufen. Ja, sehr gut. Und da steht noch eine Waffe. Ich habe es vergessen. 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 Hey, hallo! Ich spreche immer mit mir selbst. Ist das komisch? Nö, das ist völlig normal. Du könntest erst Dreamerin werden. Ich habe Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Hey Kammerjäger! Legen wir mal zusammen ein paar Bandieren um. Das ist ein Weg. Ich spreche immer mit mir selbst. Ist das komisch? Das ist völlig normal. Das tue ich auch ständig. Du hast zwei Möglichkeiten. Eine ist nicht gekauft. Gut, dann mache ich auch mal zwei, drei Minuten Pause, bis Molly wieder da ist. Hey! Stehst du auch auf Gewicht heben? Mein Abzugsfinger zuckt ständig. Ich bin wieder da. Ich war jetzt manchmal auf dem Flo. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe ein bisschen Casino gemacht. Ich habe ein bisschen Waffen verkauft. Alles klar, das muss ich auch noch kurz machen. Ich habe schon mal mit Elif gesprochen. Ich habe da schon mal die Quest abgegeben und die nächste Quest geholt. Wir müssen zum Meridian Metroplex. das nächste Wingen zu holen. Ich bin überleidig, wenn du stirbst. Hm? Wenn du so weit bist. Ja, ja. Ich bin kurz die Tasse weg. Der Geist triumphiert über die Materie. Nimm mich nächstes Mal mit? Nimm mich nächstes Mal mit? Na, ja. Und ich habe mein Outfit geändert. Das sehe ein bisschen anders aus. Na ja, das muss ich auch kurz. Ich habe einen neuen Kopf bekommen. Ich habe mir von 180 Iridium einen neuen Kopf gekauft. Und habe ein bisschen die Farbe und die Uniform geändert. Sieht ein bisschen anders aus. ich glaube dass man nicht mehr die taube das todkopf ging es wollen wir schnell reisen ich muss noch das programm abgeben ich habe das du willst ja die gehörte waffe die wir rumschleppen noch haben ja ich lege dir hin gehörte pistole hier schau mal an wenn du nicht brauchst gibst du wieder ja ich nehm noch kurz hier das ganze zeug mit ich kann ich noch mal verkaufen und dann naja das wollte kommt klar vom bootogramm habe ich eine gewählte waffe bekommen die ich verkauft habe ich guck mal vielleicht da liegt meine ich bekommen habe anscheinend noch cool schaust dir mal die an die ich dir gegeben habe ja ich habe gerade eine weiße waffe dafür bekommen du hast mir ich hab dir eine pistole gegeben, eine goldene eine pistole ist hier ein sehr dehnbarer begriff in diesem spiel das was ich meine standard war für dich nehmen ist angeblich auch eine pistole das ist ja ist ja naja mich hat hier die ganze zeit ein npc gefragt hat er gesagt ich rede ich rede die ganze zeit mit mir mit mir selbst ist das ist das komisch ich habe hier sehr coole waffen gerade ich habe hier sehr coole waffen gerade dann behält sie gibst du mir oder verkauf sie das sind so deine option deine pistole ist eine davon das ist auch wenn wir weitermachen können ja kommst du mal in den dingens in den maschinenraum da kann ich dir zeigen wie das zeug was ich für cooles zeug habe und das zeug chanting den maschinenraum ganz hinten was voll unten na, ich bin jetzt oben nehm,encing die weg gefunden habe. Alles gut. Ja, inzwischen kenne ich mich halbwegs aus auf dem Schiff. Ja, wie bist denn du? Hier, oben. Einstellig. Ich bin bei dem, wo du dir Waffen testen kannst. Ich bin hier bei Andy. Ja, komm mal hoch hier. Wo hoch? Ich springe hier, auf der anderen Seite. Da, wo geschossen wird. Da wird man wo geschossen. Ah, da bist du. Ja. Hier kannst du die Waffen testen. Deine Pistole ist ganz cool. Die macht das hier. Moment. Na, die explodiert, wenn du sie wirfst. Ja, dann habe ich noch das hier. Die ist mit dem Bouncing ganz nice. Und dann habe ich noch die hier bekommen, gerade. Aha. War ein richtig schöner Laserstrahl. Schön, man die zu unverständlich. So, wollen wir. Mhm. Ich muss mal gucken, was die hier konnte. Tja. Ach ja, das war die langweilige. Ich packe noch meine goldenen Waffen kurz in den Vault bei mir. Ich habe gerade die Schnellreise gestartet. Nein, hast du nicht. Hm, dann bist du noch nicht. Obwohl ich gerade. Ja. So. Ich habe mir die goldenen Waffen mal in meinen Vault gepackt. Okay. Jetzt habe ich Schnellreise. Kannst du ja noch was machen? Ja, ich habe gerade eine neue Quest. Ich habe die alte Quest abgegeben und jetzt. Naja, hätten. Jetzt sollen wir noch einen dritten Artefakt-Dingans suchen. Oder den dritten. Na dann. Und wie ist denn so ein... Wenn ihr den geheimen VIP-Eingang erreicht, lässt Zero euch rein. Katagawa rührt sich nicht. Es muss nur sauer sein, dass wir sein Schiff hochgejagt haben. Muss nicht sein. Er holt wahrscheinlich irgendwo in einem Fondue-Whirlpool oder was auch immer sein Ding ist. Superfan! Oh, ich hoffe, ich darf mithören. Aber deine Echo-Verschlüsselung ist für'n Arsch. Ich habe mich mit Katagawa unterhalten. Er dachte, er könnte von einem Anti-Schwerkraft-Pool aus einen Krieg gewinnen. Ich habe ihn angestupst. Hey, Kajot! Ich bin immer auf der Suche nach Autotaten. Bring mir die krassesten Kriegsmaschinen, die du da draußen findest. Ah, da oben müssen wir hin. Und ich sorge dafür, dass du sie im Kettrogramm schlust. Kajot, weißt du, was noch cooler ist als ein Booster? Ein verdammter Dreifach-Booster! Bring mir so ein scharfes Teil her! Da ist eins hinter der Barriere! Ja, cool. Und wie kommen wir durch die Barriere durch? Das ist doch nur eine Side-Quest. Nein, das ist ein Collector-Blo und da kriegen wir ein neues Auto für. Okay. Wie du meinst. Ich mach das Rad hier. Ja, das ist ein besseres Rad. Ich bin schon bei der Quest. Ich habe jedenfalls Gegner. Mörderisiert! Ja, ich habe das jetzt nicht gelöst. Zumindest zum Teil. Es wird alles nicht gelöst. Mir fehlt noch ein Booster. Position halten! Position halten! Wissenschaft! Verrichtet der Mensch von meiner Geschichte! Yeah, ich hab nur ein neues Barrieren-Ding. Du musst das dann auch noch machen, oder hast du das dann für uns beide eingefaltet? Ich gucke gerade. Ich empfehle mich gerade. Ich hab noch nie eine schnellere Karre gesehen. Damit gehst du ab wie ein Zäpfchen. Besorg mir so ein Ding und hau den Booster rein! Die Granaten hier. Besondere Loot haben wir jetzt nicht gedruckt. Das Mod immer nicht da und da gibt's keinen Loot. Ja, das passiert. Was machst du auch saßen ohne mich? Ach, da seid ihr ja! Klasse! Zero, lass sie rein! Zero? Sie sind hier, Kumpel! Mach die Tür auf! Zero ist nicht da? Na toll! Dann lass ich euch selbst rein! Weil ein Vorstand ja die ganze Arbeit selbst macht! Oh, hier ist ein Schnellreisepunkt. Der Mann hat gerade Arbeit verstanden. Er macht Fortschritte. Ich hab den Schlüssel einfach so vor der Kammer gefunden. Zum Glück hab ich mich selbst noch gemacht. Ich bin schon dabei. Ich hab den Schlüssel Atlas gegeben und jede Menge Geld dafür erhalten. Der Rest ist Geschichte. Und wer taucht natürlich auf, als ich mein Geld habe? Aslan de Vega! Meint, ich würde ihm die Hälfte schulden? Klar! Ich war allein! Und danach hat jeder, der eridianische Ruilen finden wollte, mich, greifernde Leon angerufen! Den ersten Kammerjäger! Wo bist du denn? Ich bin hinten beim Festmacher, wo es weiter geht. Und ich mache gerade eine Schnellreise. Ja, von mir aus. Wir sind jetzt im Atlas zu HQ. Das dritte Fragment. Die Ladescreens sind zwar schön, aber... Nein, wir sind sie nicht. Wer behauptet das? Das ist eine Lüge. Sieht aber nicht. Die dauern viel zu lange. Mhm. Die dauern viel zu lange. Mhm. Von mir bin ich nicht. Du bist nur noch mal extra lang. Ah, jetzt passieren Sachen! Mhm. Kommt in mein Büro, schrägstrich Museumsaquarium, damit ich euch das köstliche Schlüsselfragment geben kann. Jetzt muss ich nur noch ausfinden, wo sie hochsteckt. Locker bleiben, Liam. Der Kammerjäger gehört zu mir. VIP. Voller Zugang. Oh, tut mir leid, Sir. Wow, ein echter Kammerjäger. Sofort, Sir. Lass den mal durch. Der macht uns die Tür hoch. Willkommen bei Atlas. Es wurde alles neu aufgebaut. Das alte Atlas war nicht mehr als ein Haufen Geröll und Insolvenzunterlagen. Schön, dass du, Siris. Sieht sich ja toll aus, wenn alles abbrennt. Krieg dich wieder ein, Katagawa! Du kannst die Stadt nicht halten, das Schlüsselfragment hast du verloren und jetzt verlierst du auch noch den Anschluss an die Realität. Du kommst nicht an meinen Verteidigungsgeschützen vorbei! Ich vielleicht nicht. Aber dein Freund Zero schafft das. Oh, hier ist ein schönes Feuerwerk. Mhm. Ich guck mir lieber die Map mal ein bisschen an. Oh, das war die Verteidigungskommandozentrale! Oh nein! Wir werden angegriffen. Alle Truppen in den Hof! Und zur Hölle steckt Zero! Ah, ich hab's Dory gefunden. Ich bin zu zelt und schwer! Denk doch nicht! Zero, du bist zurück! In einem Stück! Nicht, dass ich an dir gezweifelt hätte! Ich zweifle nie an dir! Ach, ich schweife ab oder so. Was gibt's? Auf der Sonara! Ein, ein Stamm bei uns, Asche! Das musst du hören! Was für eine unsagbare Ehre, all meine liebsten Geschwister heute hier auf der Sonara zu begrüßen! Ohne die Geschütze sind wir Zielscheiben! Machst du auch mal mit, oder? Ja, ja, ich war hinten am... ...rum gucken und rum looten. Ich hab jede Menge Gegner. Und ich hab ne Laser. Autsch. Und ich bin tot. Kannst du mich heute überleben? Ja, ja, Moment. Nee, es erfehlte. Ah. Ich komm wieder. Rot und Gold ist auch ne tolle Farbkombi. Zeit für eine Abreibung! Ich hab ein bisschen von Pink und Violett dazu, Rot und Gold gewechselt. Schön, jetzt muss ich nur noch oft haben, wenn du wieder Alien bekämpfst. Dann machst du der Farbpalette alle Ehre. Geht uns langsam die Verteidigung aus! Und was ist das? Vereil dich! Dumme Wittgen. Spürt die Verliebenheit. Wir haben von Kack. Los, zwei. Endlich fühle ich mich an. Söderisieren! Ach du Scheiße, hier ist was los. Oh, ich bin schon wieder am sterben. Nicht mehr am sterben. Ich bin wieder am sterben. Ich hab passende Regeneration, keine Sorge. Und es tot. Üblicher Kampf. So ist das. Ja. Es war ne gute Entscheidung, auf das Ziel zu wechseln, dass mir permanent Regeneration gibt. Hyperion übernimmt keine Verantwortung für Appetitlosigkeit. Verlorene Zeit. Beide zu bauen wir jetzt. Kommst du auch irgendwann mal? Ah, da hinten bist du. Ich musste Mailer an, weil du mich nicht verletzt hast. Entschuldigung, dass ich auch gerade am sterben war. Dein bester Kumpel Zero ist dir in den Rücken gefallen. Wie fühlt sich das an, Reese? Schnauze, Katagawa! Zero würde mich nie hintergehen! Kaum zu glauben. Kannst du mich mal wiederbeleben? Ich bin hier gerade am sterben. Ich bin einfach von dir hingestorben. Ja. Ich sterbe gerade scheinbar irgendwie an allem. Ja, ich sterbe an allem. Kannst du mich mal wiederbeleben? Ich bin hier gerade... Ich bin sehr verletzlich. Ich bin sehr... Und los! Ich glaube, ich habe keine Schilder mehr daran, nix. Dann renn halt nicht voran, sondern wach halt mal eine Minute. Nein, 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 nein. Zero's Loyalty steht außer Frage. Wo er auch steckt, der muss einen guten Grund dafür haben. Konzentrier dich darauf, Marliwan rauszukicken. Oh, verdammt. Nullhunde. Solange ihre Felder aktiv sind, können wir die Geschütze nicht neu starten. Schalte sie aus. Wir brauchen diese Geschütze. Beeilung, Kammerjäger. Benutz vielleicht mal dein Panzer-Ding auf F. Das wäre vielleicht... Ja. Das macht nicht so viel Spaß. Wie, das macht nicht so viel Spaß? Wir sterben? Nee, wir gehen mit den Waffen hier auf die. Ich benutze das als... Gut, ich probiere die Spielfunktionen weiterhin. Ja. Wenn wir die hinteren Verteidigungen auch wieder unterbrechen sind, haben wir eine Chance. Wie durch den Ablasstower. Meine Leute haben dort noch die Oberhand. Bis hierhin und nicht weiter. Wenn Gegner da sind, kann ich ja durch das... Durch den... Durch das Killen. Überbelebt werden. Genutze einfach deine... Deine Fiktion mal. Ja. Bruder stirbt halt wieder alle 20 Sekunden. Überbewertet. Was? Leben? Ja. Sterben gehört zum Leben mit dazu. Mehr! Ich will mehr! Oh, der wird 22. Sterben gehört zum Leben mit dazu. Was? Bist du 14 und das ist Dieb oder was? Soldat, wage es ja nicht Zero mit deinem Leben schlecht zu machen. Sag, dass dich jemand anderes umbringt. Aber sowas von... Ach, komm schon! Also ich schieße auf unsere... Wörter. Auch gut. Wenn es grün ist, ist es nicht grün. Ich bin zur Abwechslung mal am sterben. Ach, ich bin zur Abwechslung. Ja, ich hab ihn gegeteilt. Ah, ich bin gut durch, dass ich... Das nehme wohl besser ich. Selbst war wirklich aufslamm hier. Du schießt auf mich Sorry Komm vor So haben wir Mhm Ich will Atlas gar nicht mehr. Deine Marke ist tot. Ich mache mehr Gewinn, wenn ich die Organe deiner Angestellten verkaufe, statt deinem Wummen. Ach ne, Gegner. Ja, jetzt müssen wir es aus. Meine Marke! Was? Ist gut. Ich sterbe. Das ist nichts Neues. Ich geh mal hoch und gut, weil ich nicht weit weg bin. Der hat einen großen Roboter zerstört. Wenn wir es mit unseren Geschüssen abschießen können, ist der gesamte Angriff im Eimer. Mach diese Nullhunde Platz. Mach das, ich kämpfe hier. Ich höre sowieso! Ein ziemliches Brotster! Und bumm, macht das Dynamik! Hey! Mathe nach dir, hopp! So lange ich noch Gegner habe, überlebe ich das Touche Dingsturm Die Leute verbunden sind! Ich kenne einen, der ist mal mit einer Schrotzinde von Teddy herausgegangen und dem ist der Schraub von der Achse gefaust! Was ist das? Ich bin gleich schon tot. Man kann ja wieder herkommen. Der Tod bedeutet hier nichts, außer ein bisschen Geld, was man dafür ausgeben muss. Ist das vielleicht eine metaphorische Botschaft, die Sie vermitteln wollen? Keine Zeit zum Rumstehen! Ist der Tod unbedeutungslos? Schreib mal deine Deutschabschlussprüfung darüber. Was wollte der Autor von Borderlands uns damit sagen? Ach, nein. Intention des Autors. Das Lustigste ist, wenn du auf Twitter den Autor fragst und dann kommt einfach als Antwort, Keine Ahnung. Ich dachte, das klingt cool. Mit der Tür meint er die innere Seelenunzufriedenheit. Der Goethe meinte bestimmt mit der Tür, die er in Abt 3 erwähnt, dass er innerlich unzufrieden ist und dass das Leben keinen Sinn macht und dass neue Anfänge gewagt werden müssen. Ja, deshalb mag ich es, wenn man sowas über moderne Bücher schreiben muss, weil da kannst du halt den Autor auf Twitter fragen, was hast du denn damit gemeint? Und dazu muss eine Antwort akzeptiert werden. Die Geschütze sind erledigt. Rhys, hast du mehr Feuerkraft? Weil es ist halt so. Oh, kacke. Oh, okay. Wir haben das Viperlaufwerk im Orbitarlaser gelassen, oder? Oh, ich habe ein Geschütz. Ich habe noch genug saft, um das Kommandoschiff weg zu pusten. Hehehe. Halte sie auf, während ich ihn in Gang setze. Oh, komm schon. Meine Güte hat sich dann wahrscheinlich auch gedacht. Wir schaffen das. Hat sich auch gedacht. Nö, äh. Es verlangt ein Passwort. Äh, hab ich, äh, hab ich ein Passwort eingerichtet? Die haben es doch auch alle nicht irgendwas dabei gedacht. Die haben es da. Ja, schneller Rhys. Ja, schon dabei. So, äh. Oh, es gibt ein Tipp. Bester Frogold Geschmack. Oh je, das könnte alles sein. Singbeerencrunch. Wie schrecklich. Äh, athenarische Vanille. Nein. Ach, verdammt. Ich balle hier alle mit den stationären Dingen ab. Ja, wuhu. Ich bin drin. Okay, okay. Das könnte wirklich klappen. Äh, 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 Lasersteuerung. Ich hab's. Ich fahre hier alle mit den richtigen Toren hoch. Wir haben nur einen Schuss. Anstrahlen in dein Kürz. Mach's schwerwurst. Oh, sie haben's durchschaut. Aktiviere Gegenmaßnahmen. Die Zielerfassung greift nicht. Schieß einfach. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ziele erfasst. Feuer. Aha. Wunderschön. So sag mal schön. Oh, wow. Ich heul hier Rotz und Wasser. Oh, danke. Danke. Kammerjäger. Ah, das ist... Ist gerettet. Und jetzt... Muss ich hier Zero finden. Mach dir keine Sorgen wegen Zero, Reese. Er findet dich. Schluss mit einem Psychospielchen, Katagawa. Zero ist auf meiner Seite. Oh, oh, siehst du? Und hier ist auch schon... Wie komme ich denn hier wieder weg? So. Zero, Mann! Mann! Alle haben komplett den Verständ... Was? Zero, was soll das? Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Zero will mich umregen! Er ist der Verräter! Ich weiß, ich kann selbst kaum glauben! Ich bin hier in Kammerkammer, Kammer, Segler Rang! Das Leben verrägt ihr nicht... Wann ist seine Höhe runter? Und ich fragte mich... Da würde ich mir aber Gedanken machen, wenn Sie mich umlegen will. So... Ist hier hinten noch irgendwas cooles? Ja, da hinten ist noch eine Quest. Ja, ein weiterer Quest. Nein, hier ist nix cooles. Es ist etwas... ...entspult. wir haben ein ganzes gebiet nicht erkunden wollen wir dahin zurück kurz dass wir dann das ganze gebiet wo man jetzt auf der karte mal nach guckst ist noch ein ganzer bereich drauf ja gibt die bestimmt noch nachher sind gibt dann bestimmt noch nachher in den quest deswegen nicht oder nicht keine ahnung dann haben wir es schon mal erkunden dann wissen wir was da ist bestimmt nichts potenziell nichts wir wissen es nicht ich bin schon unterwegs aber ich auch da wie kommen wir dahin ist die frage ich war schon in der nähe das heißt einmal da rein ich spreche mir hier nicht oder hier da hier durch da jetzt hier noch mal eine waffenkiste das heißt dann werden wir da wahrscheinlich wirklich mit der sidecrest rein müssen wir kommen dadurch durch den aufzug rein das wäre vielleicht auch eine idee auch möglich das ist noch nicht erkundet weil wir das ist ja auf der selben ebene aber vielleicht später haben wir oder so du kapierst es einfach nicht was wies dieser ganze krieg hätte schnell über die bühne gehen können ich falle ein übernehme promethea und mache atlas zu einer tochtergesellschaft von maliworn dann mache ich dich zum vizepräsidenten von strandcocktails alle gewinnen so läuft das und so ist es immer gelaufen du hast was besonderes wies das habe ich erkannt du hast diesen ladenhüter von unternehmen von den toten auferstehen lassen mit dir in der familie hätten wir maliworn zu einem universellen monopol verhelfen können du und ich brüder verkaufen die einzigen waffen die man in den sechs galaxien jemals brauchen wird aber ich reichte dir meine hand und du hast draufgespuckt reese jetzt bist du keine familie sondern teil der konkurrenz und hier ein waffen verkaufsautomat hat er etwas interessantes munition ohne ist man einfach nur ein wäscher du hast feinde ich habe munition ich kann ja munition was hat ich wohl gekauft verkaufen du weißt wo du mich findest und hier geht es runter oh ja und ich bin schon unten ja ich bin ausgerutscht zero komm schon man an wir sind doch freunde hätte es teil der familie werden sollen ray Ich mag deine Begeisterung, Bestier. Ähm. Kommt schon, Schlappschwänze! Wo sind die Gegner? Ich sehe sie nicht. Oben. Wo ist der Gegner? Nicht weglaufen, das verbirbt den Geschmack. Ach hier. Die sind überall, der Ton. Das ist gerade ein bisschen geirrlich. Kommt man da irgendwie hoch oder? Keine Ahnung. Ich habe ihn gefunden. Ah, wo ist er? Ähm. Das ist nicht gut. Ich bin gleich hier drüben! Das nervig gerade. Oh nein, er hat diese Mechanik. Verdoppelt sich, das sind alles Doppelging erfunden. Nein, da ist nur noch einer übrig, aktuell. Den mal zu kriegen, wenn er so weit oben steht. Ist eine andere Sache. Ich versuche ihn irgendwie zu treffen. Was passiert hier? Oh, das ist eine andere Sache. Oh, das ist eine andere Sache. Oh, das ist eine andere Sache. Nichts. Oh, ich bin am sterben. Ich versuche nicht zu sterben, Mordi. Oh, das verstehe ich noch. Wir werden sterben, müssen wir die ganz nochmal von vorne machen. Ich wiederhole meine Aussage, ich habe ein Tier, was mich permanent teilt. Wo ist denn der Ricksack? Oh ich bin fast tot. Aber er auch fast. Ich dachte du kannst geheilt werden. Von dem Tier. Ah ich bin auch am sterben. Kann der Tier nicht heilen? Den zwar aktiv wäre ja einen Schaden dafür machen. Cool. Ich bin tot. Dann müssen wir die Kämpfe noch mal wiederholen. Scheiße. Vielleicht nicht aufeinander hocken wäre mal ein guter Anfang. So viel dazu. Du fühlst dich unvollständig. Als würde ein lebensnotwendiger Teil deiner selbst fehlen. Nichts kann dieser Leer erfüllen. Nichts. Zu unten sind Frauen da toll. Ich gehe in den Raum wie ich vorhin aufgemacht habe. Vielleicht ist da noch was cooles. Das könnte ich die ganze Zeit machen. Oh ich bin reingesprungen. Ich bin ein Sniper dabei. Ja ich bin auch schon kaputt. Und der Kampf geht von vorn los. Wie besiegen wir die denn? Verdammt. Ja ich bin ein Sniper. So. 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 Der Jeep ist doch immer über irgendwo anders. Oh ich hab das Original erwischt. Ich nehme das selbst in die Hand. Ich nehme das selbst in die Hand. Ich nehme das selbst in die Hand. Ich muss immer nur die Gange. Ich nehme die Generator und ausschießen. Ja. Ich stürze mich in den Kampf. Ich darf nur so er ist deutlich machbarer mit der Kneifer, auch wenn es nur schwache ist. Beweise dich! Den muss man erst mal finden. Ich habe einen guten Punkt mit Übersicht hier. Ein netter Versuch Kammerjäger. Das kann ich brauchen. Kein Teamplayer. Und das ist aufgeladen. Und vielleicht spielten wir noch. Ich habe keine mehr. Du hast es geschafft. Du hast auch eine Goldene bekommen? Eine Granate. Ich habe blau, grüne und weiße Waffen bekommen. Oh. 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 Oh, ist cool. Ich habe dir die ganze Zeit über voll vertraut und es war absolut gerechtfertigt. Ah, ja. Ich will ihn dir mit einem Meißel von der Oberlippe zieselieren. Ich hatte gerade eine Antwortmöglichkeit. Ich bin gerade so richtig, wie mir gefällt. Das muss ich erst mal verarbeiten. Danke, Kammerjäger. Ich werde mich daran erinnern. Bitte sehr. Ein Kammerschlüsselfragment, wie versprochen. Das war ja leicht. Jetzt mal kein Heiko. Sehr gut. Das ist das dritte und letzte Kammerschlüsselfragment. Bring es zu mir auf die Sanctuary. Dann setze ich den Schlüssel zusammen. Hey, kannst du mir bei einer Suche helfen? Was für ein Chaos hier. Seit dem Angriff sieht man bei Atlas überall nur noch Ratches. Eigentlich sollte sich mein Hausmeister Terry darum kümmern, aber niemand weiß, wo er ist. Such Terry und schick ihn an die Arbeit. Probier es zuerst in seinem Büro. Ich verkaufe mal ein paar Waffen. Oh ja, das könnte ich auch machen. Stimmt ja. Kann man ja überall verkaufen. Wir bieten jetzt auch den Einglick Einkauf an. Mach deine Waffe, Click. Es ist seit zum Glück. Es gibt auch ein paar andere Sachen. Ich habe nur den Kopf bekommen. Die habe ich auch. Ich komme gerade durch die Quest. Und Rüis Waffe. Atlas Klassiker. Ein cooles Waffen waren... Ach, ein Schnauzer. Du kannst ein Schnauzer an deine Waffe hängen. Yes. An alle. So muss das. Und wer am Skatepunkt hat. Wie kommen wir jetzt da runter? Nächste Ebene. Ich glaube hier lang. Wir müssen nur Terry finden. Ich warte dann mal auf den Aufzug. Dauert noch eine Ewigkeit. Äh, hier unten sind wir Camper. In der beste Zeit. Wir haben uns zwei Wochen gefunden. So mit angriffen. Komm und hol's dir! Los, her damit! Ich habe gerade von dir das Level abgekriegt. Ja. Also, alles easy. Ich habe hier mal aufgeräumt. Ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir in den Bereich, wo wir vorher nicht reinkamen. Mal schauen. Bin schon auf dem Weg. Ja. 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 Ich komme bei der hinten. Über die Treppe. Ich muss sich hin und über die Frachteln. Nein, es gab hier irgendwo ne Treppe, das weiß ich. Guter Fund, Bestie. Ach, da hinten. Oder? Da gibt es ne Treppe. Ach, so hast du was gefunden. Da war sie, ja. Ach, hier. Sieh dich um, vielleicht liegt irgendwo ein Terminkalender rum. Nicht, dass er der Typ für ein Terminkalender ist. Da muss irgendwo ein Hinweis drin sein. Schau doch mal hinter seinen Sachen nach. Ich hinterlasse auch überall Hinweise auf meinen Aufenthaltsort. Ist so ne Angewohnheit. Macht Sinn. Eine Geheimtür? Terry ist ein Hausmeister, was für Geheimnisse keine Ahnung ist. Das ist eine Geheimtür, ja. Ja, ist dir aufgefallen, er hat seinen Bart rasiert? Ja, weil ich ihm gesagt habe, dass er scheiße ist. Deshalb haben wir wahrscheinlich den Bart bekommen. Ja. Es klang jetzt gruselig, aber es waren nur Papierschnitte. Das Gesundheitssystem von Promethea ist ein Albtraum und es war einfach billiger, das Labor zu schließen. Jetzt bin ich nervös wegen der Papierschnitte. Weil der Typ absolut keine selbst... Ich bin nervös. Ich bin nervös. Terry, bist du das? Äh, Terry? Mir geht hier drinnen das Essen aus. Kannst du mich rauslassen? Wer bist du? Du bist nicht Terry. Wo ist er? Was hast du mit Terry gemacht? Er sollte mich rauslassen, wenn es sicher ist. Wirst du hier gegen deinen Willen festgehalten? Was? Nein, 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 nein. Er hat mich hier eingesperrt, um mich vor den anderen zu schützen. Er wollte mich rauslassen, sobald die Luft rein ist. Aber es ist schon eine Weile her. Ich hoffe, es geht ihm gut. Könntest du mich hier rausholen? Die Türsteuerung befindet sich auf der anderen Seite der Scheibe. Ja, genau da. Das ist die Türsteuerung. Wie soll ich da hinkommen? Das heißt, die Tür öffnen muss man von innen. Fantastisch. Das heißt, die Türsteuerung befindet sich auf der anderen Seite der Türsteuerung befindet sich auf der anderen Seite der Türsteuerung. Weitergegangen. Ich bin wohl kalten. Diese Wretches sind irre. Du musst sie erledigen, bevor ich rauskomme. Oh, shit. Scheiße, ja! Multikill! Haha! Ich wusste, dass ich das Inleer hatte. Wer hat von einem Insekt getötetet. Besser als zu sterben. Wie viel sind wir noch? Da oben sind welche? Scheiße. Scheiße. So. Wollen wir jetzt alle, oder? Ja. Und wer ist der Kieferlust drin? Der Questgeber offensichtlich. Ich bin verwirrt. Bist du ein Ratsch? Ja, dank meinem Freund Terry. Er hat mir das Leben gerettet. Komm schon, wir müssen ihn finden. Ah, okay. Oh nein, Terry! Einen Moment noch. Bitte erkläre mir, was hier los ist. Terry war mein bester Kumpel. Als mein menschlicher Körper krank wurde, schwor er mich zu retten. Er nahm an einigen Econet-Kurten teil und hat dieses Labor. Und schon bald hatte er herausgefunden, wie man menschliche Gehirne in Ratches implantieren kann. Alle anderen Ratches hier sind fehlgeschlagene Experimente. Terry musste den Hirntransferprozess testen, bevor er ihn an mir ausprobiert. Dafür benutzte er Banditen und Malewon-Soldaten. Schnell! Unsere einzige Chance, Terry zu retten, ist es, sein Hirn in einen Ratch zu verpflanzen. Wir werden es nicht einfacher werden. Oh, okay, Fütterungszeit. Er soll ihn jetzt entgegen. Und das Ding reinpacken. Hey, Gary! Ich werde dein Gesicht essen. Ich werde die Haut deiner Mutter wie einen Kimono tragen. Ich verdreite dich mit deinen eigenen Kindern. Gary, wir alive und lebt. Okay, wo packe ich das früher mit dem Himmel? Ich glaube, er hat früher Leute gegessen. Leg diesen Schalter um, damit sein Käfig runterfällt und wir zum Transfer-Tank kommen. Ah, ja. Ich bin frei! Ich werde deine Seelen misch trinken. Deine Fußnägel brechen. Ich werde dich mit deiner eigenen Zunge füttern. Hey, Gary ist rausgekommen. Ich bleib hier oben. Könntest du ihn vielleicht töten und diese Hirntransfer-Sache machen? Hey, Gary ist tot. Fantastisch. Jetzt steckt Terry's Hirn in den Transfer-Tank. Je länger wir warten, desto mehr verlieren wir von Terry. Ah, okay. Alles klar, da ist bereits ein frischer Ratsch drin. Ich weiß nicht, wie Terry die Hirne rausbekommt, aber ich habe gesehen, wie er neulich einen Eisportionierer geschliffen hat. Okay, ich hoffe, ich kann das alles über die Tastatur erledigen und muss das Gehirn nicht per Hand einführen. Das nehme wohl besser ich. Sehr ekelhaft. Terry, ich bin's, Glenn. Kannst du mich verstehen? Er hat nur ein paar Schwierigkeiten, sich anzupassen. Versuch mit ihm zu reden. Erinnere ihn daran, dass er ein Mensch ist. Ähm, hey Mann. Manchmal ist das Leben wie ein Ratsch. Und jetzt bist du ein Ratsch. Und darum weißt du, dass du lebst. Irgendwie. Ich glaube, das hat nicht ganz so funktioniert. Leben! Ich... Glenn? Ich bin am Leben! Und ich bin ein Ratsch! Du hast mich zurückgebracht! Ich bin am Leben! Harry, wir haben es geschafft, Kumpel! Wir haben überlebt! Hey Retter, ich habe ein Dankeschön für dich. Okay, ich habe das kleine Gummiding gefunden, das man über den Daumen zieht. Und du wirst nicht glauben, wo... Wow! Ein... Das Gummiding, was man über den Daumen zieht. Nein, sag nichts. Glaubwürdige Bestreitbarkeit. Ich werde einfach ein paar Chefsachen machen und in die andere Richtung schauen. Wir haben diesen Kohlenatlas-Waffen-Prototypen gefunden, als wir ins Labor zogen. Aber er funktioniert nur mit... Du weißt schon, Händen und so. Ich bin hier kein Klammer, den wir jetzt gefunden. Glenn, du hast es geschafft! Du hast mich zurückgebracht! Ja, Mann! Ich wollte dich nicht tot auf dem Boden zurücklassen! Äh, oh, äh, richtig. Ich habe dein Klammer gegessen. Ich habe einen Peace-Manager bekommen. Nein, nein, nein! Ich verstehe das total! Sieh dich nur um! Du hast ein Recht, dich zu verteidigen! Hm, hm. Ratsch-Freunde fürs Leben, Mann! Ratsch-Freunde fürs Leben! Ah, der macht nur 89 Schaden, nee, das Mann. Hey, was geht? Ach, der macht so kleine Explosionen. Ist cool, aber ich habe bessere. Ah, nee, verkaufe ich. So zurück zur Zeit, würde ich sagen. Wir müssen noch am ersten Mal herauskommen. Da gibt es einen Schnellreisepunkt. Ja, hier gibt es... Du kannst doch einfach über M gehen. Oder so. Man kann jederzeit an jedem Schnellreisepunkt. Habe ich gelernt. Ist das Ding an? Test, test. Hey, Kammerjäger. Wir haben eine Gelegenheit für dich. Das willst du nicht verpassen. So, war die Dame mit den Kammer-Schlüsseln. Hier nicht. Hier ist das Casino. Sie war noch eine Etage weiter oben. Hier ist die. Schwul. Crimson Raiders auf die Brücke. Ich wechsle Skin. Moment. Oh, stimmt. Es gibt ein Skin. Warte, ich geh mal kurz. Ich komme auch mal zu dir hinter. Ob es da einen kleinen Kopf gibt. Ich habe meinen Kopf. Und jetzt Knochen an den Kopf. Und jetzt Knochen an den Kopf. Nein, jetzt Knochen behalte ich. Oh. Den ganzen Helm gibt es. Und es sieht aus wie ein Stormtrooper. Ich habe mir doch den gerade erst geholt. So, kommst du mit? Moment. Gut, dass du da bist. Mit dem Kammerjäger ist man immer sicherer. Oh, Waffen müssen wir kaufen. Ein Dollar? Und ich kann es für dich. Und wieder zurück. Keine Sorge, ich bin kein Kannibale. Viel Glück. Bleib am Leben. Ich habe gehört, du bist ein KDK-Killer. Cool. Ah ja, die wichtigen Dinge also. Ah ja. Bitte töte mich nicht! Es kommt nur auf die Technik an und nicht auf Glück. Hm. Du hast es geschafft, Killer. Es wird viel Zeit vergehen, bevor Marley Wan die Brüchen vergesst. Na, ich bin schon auf die Brüchen gegangen. Wie geht es weiter? Alles gut. Jetzt haben wir eine Gelegenheit und wir werden sie ergreifen. Reese, wo ist diese Kammer? Du hast mir den Arsch gerettet. Und den Arsch aller Atlas-Mitarbeiter. Äsche sind wichtig. Ach, nur auf Arsch zu sagen. Also, die Kammer. Sie liegt versteckt unter der Apollyon Transitstation. Mitten in der Stadt? Wie kommt es, dass sie noch niemand gefunden hat? Die alte Atlas Corporation hat einfach drüber zementiert. Ich habe es herausgefunden, als ich das Ruder übernommen habe. Habe es aber für mich behalten. Viele Einwohner hat so. Eine Kammer zu öffnen ist heikel, aber das überlasse ich dir. Reese, Ende. Wir müssen schnell sein. Wir fahren über den Skyway rein. Verstanden. Ich gehe mit dem Kammerjäger vor. Das ist mein Job. Wir öffnen eine Kammer, Maja. Erwartest du, dass ich das aussitze? Ich komme schon zurecht. Sirene hin oder her. Lilith, wir wissen nicht, was da vor Ort lauert. Sie sagt, eine Kammer gibt es mehr. Du hast mich nicht ohne Grund zu den Rudern zurückgeholt. Du bist der Commander. Nutze die Waffen, die du hast. Okay. Ich überlasse das dir. Die nächste Kammer machen wir gemeinsam. Sobald du deine Flügel zurück hast. Aber sag nicht, wir brauchen für jede Kammer neue Schlüsse. Was muss ich einpacken? Doch, aber es geht immer nur um eine Kammer pro Spiel. Echt jetzt? Wofür habe ich denn die? Wir müssen nicht alles, was wir bisher gemacht haben, nochmal machen, um... Nein, es ist nicht noch dreimal, drei Schlüsse. Ava, ich könnte Hilfe hier auf der Brücke gebrauchen. Übernimmst du die Kommunikation? Ja, nein, alles in Ordnung. Beginnt dich zur Nioh und Autobahn. Okay, wir müssen zur Nioh und Autobahn. Waren wir da schon mal? Nö. Bevor wir aufbrechen, würde ich mal eine kurze Toilettenpause machen. Ja. Dann können wir... Dann können wir los. Bis gleich. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte da hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Die gehen wieder zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Und gerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also... Da lernen die vielleicht doch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück, das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht auszuzitieren, du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause ist sinnvoller als das. Dann lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stämme. Wenn der Wind künstlich steckt. Hallo, warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal erwirken. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit zu? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du sollst das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen. Deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Na dann, weiter geht's. Aha. Bereits? Komm mit her. Hier müssen wir wieder hin. Ich glaube, da waren wir auch schon x-mal. Können wir ja schnell hinreißen. Komm, satt's hier. Wieso müsste man eigentlich hier wieder hin? Weil wir immer hier hin müssen. Ist es nicht zur Autobahn? Mhm. Die ist wahrscheinlich irgendwo da. In Ordnung, Killer. Die Apollyon-Station ist der letzte Halt der Zentrallinie. Nimm den zentralen Haupt-Highway. Raus aus der Stadt. Leck mich, du willst die Kammer echt öffnen? Viel Glück. Achtung, ein, äh, Trupp Maliwon-Verweigerer hat sich beim Zugang verschanzt. Du wirst sie vertreiben müssen, wenn du da durch willst. Ich schicke Atlas-Streitkräfte zur Unterstützung. Du hast meine Gedanken gelesen, Reese. Kammerjäger, sichere die Rampe und box dich durch. Ich fahr dir immer nach. Das hier ist der Zugang, oder was? Mhm. Das war's für dich. Ich streng die Arschlösser. Granate. Ein kleckliches Leben. Ein passender Tor. Ein kurzer Prozess. Atlas hat den Sieg erlangt. Komm, Kammerjäger. Mach mir die Fall. Feuer frei. Meine Kerl zerstört bei was. Du suchst einen Weg. Ich räume den Pfad für dich. Schwerter sitzt praktisch. Was geht, Hohlköpfe? Schnellreise. Hier war die Hölle los. Also gibt's ein Live-Update. Katagawa hat's verkackt. Aber das wusstet ihr sicher. Troy jammert rum, weil wir die Kammer noch nicht geöffnet haben. Und ich krieg keinen Anstieg. Oh, schade. Jetzt wurde dieser spannende Dialog abgebrochen. Keine Sorge, der Startpip gleich neu. Sonst verpassen wir hier noch diese spannende Dialoge hier. Das ist ja das wäre... Dieses sehr ernste, sehr erwachsene Spiel, das überhaupt nicht den Vibe von dem Filmtrailer hat. Vielleicht haben die, die das behaupten, die Dialoge gemutet. Die, die das behaupten, haben glaube ich das Spiel als Zwölfjährige gespielt. Und dann ist es wahrscheinlich superbrutal und so weiter. Ich glaube, das ist hier noch nicht aktiviert. Können wir... Oh. Wir können hier keine Autobahn... Ja, cool, wir müssen einmal von der Neonautobahn zu Neonautobahn reisen, was? Hä? Ne, wir sind... Äh, was? Ich verstehe das nicht. Ich mach mal eine Schnellreise zur Neonautobahn. Ich bin da. Ich guck mal eben. Ja, die Schnellreise hat mich hierhin gebracht. Ich mein, gut, wir suchen halt jetzt einfach mal weiter, würd ich sagen. Ähm. Willst du den Pressmacher oder so? Ja, an der Schnellreisestation. Ähm, mit dem Auto kämen wir hier halt noch ein bisschen... ... den ganzen Weg zu Fuß, ja ein bisschen gescheuert. Der Punkt ist ja nicht aktiv, also können kein Auto rufen. Sind wir Schlieferbach oder was? Ich würde mich nicht wundern. Wahrscheinlich, weil wann die Katz hier reingesprungen sind. Hm. Ich mein, ich lauf einfach mal weiter. Irgendwann wird schon was passieren. Ich meine, hier ist auch keine Schnellreise möglich. Neonautobahn. Da sind wir ja eigentlich. Merkwürdig. Trifft dich mit Maya. Muss irgendwo eine Maya sein. Und wenn ich auf die Weltmöp gehe, habe ich jetzt hier auch nochmal das hier. Kannst du auch versuchen, irgendwo anders schnell zu reisen und dann... ...wieder zurück. Hier ist ein Fahrzeugpunkt. Oh, da breche ich mal das ab. Der ja nicht aktiv ist. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Alles gut. Ich hab mir schnell... Ich hab mir schneller reisen nach Atlas Edge gemacht. Ich versuche das nochmal. Ansonsten keine Ahnung. Haben wir es verpackt. Ende des Spiels. Wir könnten... Wir könnten Raft spielen jetzt. Was hast du vorhin vorgeschlagen? Ich hab aus Spaß, weil es auf Epic wieder empfohlen wurde vorgeschlagen, dass wir das Return to Moria spielen könnten. Das Zwergen-Survival-Spiel. Wie sieht es eigentlich mit dem guten Zwergen-Survival-Spiel aus? Ich guck mal ganz kurz. Welches meinst du? Das, was wir beide mochten. Glaube ich dir nicht. Es gibt ein Spiel, was wir beide mochten. Äh, das von Steam von dem einen Next Fest. Aha. Ich weiß grad nicht, was du meinst. Moment. Du meinst, die Return to Nankrim? Ja, das da. Das ist, glaub ich, noch nicht verliased. Da gibt's nur noch... Ja, ja, ich guck grad auf Spaß, ob da irgendwas... Soweit ich weiß. ...null rauskommt. Ich find's gut, dass der erste Tag bei dem Spiel ist, Zwerge. Ich bin auf deren Discords und ich find's ein bisschen weird, was die haben. Die haben bisher irgendwie so von der Veröffentlichung wirklich nicht geredet. Es gibt irgendwie, die veröffentlichen regelmäßig so ein bisschen Lore-Material. Jetzt irgendwie so ein bisschen, da wird ab und zu mal wieder irgendwie... Gibt's irgendwie eine PDF für, die irgendwie erklärt, die, wie die Schmiede bei den Zwergen funktioniert und warum, also wie die so Hintergrundgeschichte zu den, warum die Zwerge mit dem Schmieden angefangen haben und so weiter. Und das ist so ab und zu, das ist so ein bisschen, so wirklich so Game-Updates gibt's da nicht wirklich, aber die veröffentlichen auf deren Discords irgendwie ab und zu mal so ein bisschen so... ...ja, hier ein neues... ...das ist so die Hintergrundgeschichte und so Zwerge. Sie arbeiten auf jeden Fall noch dran. Ja, das ist da. Immerhin. Oh. Tresor. Komm, versuche ich nochmal schnell zu reisen. Ach man, alle anderen sind... Nein, nicht alle sind gelockt. Neonautobahn. Moment, ich spiele hier gerade ein Midi-Spiel. Glaube ich. Okay, jetzt kannst du. Neonautobahn. Wenn's nicht geht, dann müssen wir einfach ohne Begrüßtmarkler um die Autobahn laufen. Und ohne Auto. Merkwürdig. So, deaktiviert. Dann laufen wir mal los. Ich guck mal, ob das ein bekannter Bug ist oder nicht. ... ... Hallo? Google, machst du mal was? Passiert relativ wenig, Leute. Hä? Meine Tastatur ist irgendwie kaputt oder so. Jetzt. Hupsch, hupsch. ... Reddit sagt Game-Breaking-Bug. Ah, toll. Und was haben wir gemacht, damit das Game-Breaket? Äh, Multiplayer-Spielen. Ah, toll. Äh, gibt's jetzt hier keinen weiteren, oder was? Doch, gibt es. Es ist auch gleich... ...da, ähm... ...starte die Quest jetzt mal. Moment. Mach du das. Finde ich schon. Du weißt, wie man Quests startet. Ich bin schon mal anderen in der Stadt. Ja, ich bin gerade aus dem Spiel rausgegangen. Du musst im Singleplayer das Ding starten, dann kann ich wieder joinen. Und wo soll ich starten? Äh, einfach schnell reisen, oder was? Jaja, schnell reiß mal dahin. Mach mal, da musst du auch schnell zur Zeit schwingen. Ich kann schnell reisen nicht verwenden. Verbündet, da befindet sich... ...verbündet das im Menü. Ich bin raus. Dann starte das Spiel nochmal neu bei dir. Ah, doch, jetzt. Jetzt bist du raus. Ja. Die Mission starten kann ich nicht. Ich kann nochmal... ...schnell reisen. Soll ich nochmal schnell reisen, oder was soll ich machen? Ich gucke gerade nochmal, was soll ich werden? Hm. Du musst nochmal zum Meridian Metroplex und dann manuell da in das Gebiet nochmal rein. Also zum... ...Komitea... ...Meridian Metroplex, solche. Ja. Und dann musst du manuell zu Fuß wieder in das Gebiet laufen. Fantastisch. Na dann. Ich bin unterwegs. Du bist zu Fuß, oder kann ich fahren? Ist das auch schon... Du solltest... Geh lieber zu Fuß. Sicher ist sicher. Okay, wo war denn das? Der Questmarker ist glaube ich jetzt nicht mehr aktiv. Wo war denn dieser... Der ist noch aktiv. Im Zweifel musst du jetzt suchen. Wo war denn der Tunnel, der nur... Ah, hier. Ich glaube, da müssen wir hin. Ich spazier hier mal ein bisschen. Ich bin schon längst aus dem Spiel raus. Ja, du musst dann... Damit du dich nochmal neu... ...dann nochmal neu gelten kannst, Du musst mir einfach eine Anladung schicken. Warte, ich muss erst mal hinkommen. Werde hier von einem Roboter verfolgt. Schlagstopp-Putz. Einfach schießen. Ich spickele die alle mit Blei. Die schmerzen ich zu unserem Dattel. Und noch einer beißt ins Gras. So, da muss ich hin. Kann sich nicht nur um Stundenrande nennen. So, jetzt bin ich an dem... ...Näautobahn-Schnellreise-Dings. Gut. Das soll ich benutzen. Ist sie... Ist sie dort? Ich hab jetzt mal eine Schnellreise gemacht. Okay. Okay, wer soll hier sein? Der NPC für die Quest sollte eigentlich da sein. Ja, der spawnt hier gerade. Heya, Badass. Bereit, die Kammer zu knacken? Ja, dann funktioniert es ja. Ich spreche mal. Gehen wir es an. Yo, Ellie. Wir würden die Kammer gerne in einem Stück erreichen. Was hast du für mich? Gut, dann darf ich mich jetzt auch anabrieren. Warte mal, ich warte mal, dass die Dialog noch abkommt. So, mein Auto ist gerade gespawnt. Deswegen sind die ja auch deaktiviert. Wahrscheinlich. So. Schickt ihn eine Anfolge. Ein Name. Scheiße, ja! Ellie, bitte bleib immer wie du bist. Du fährst. Ich brauch meine Hände. Ich sollte den Least kommen. Ich fahr hier schon ein bisschen rum. Ach du Scheiße. Hey, Kupofen, warum so heilig? Lass du was Wichtiges vor. Du hast doch nichts dagegen, dass ich deine Position an jeden Irren auf dem Planeten sende. Nein, sicher? Cool. Hätte ich so oder so gemacht. Ich drifte dich immer ein bisschen. Genau wie auf Athenas, okay? Klar. Ich habe hier sehr coole Mucke. In Anführungszeichen. Ja, ich sollte das Leck holen. Du kannst gerne dir die Kanone bedienen. Ich lade noch rein. Ich glaube, du kopfst hier auf der Autobahn. Ach, hier bist du. Ich lade noch. Einmal einstellen bitte. Du kannst das Fass oben bedienen. Ich gucke gerade, ob ich in die Kupik reinkomme. Cool, wahrscheinlich. So, auf geht's. Oh, hier ist ein Gegner. Gebar ein Gegner. Nein, ein Gegner. Es ist kein Gegner. Ja. Es ist kein Gegner. Was geht ab, meine Brüder und Schwestern? Spontaner Stream für euch. Kammerdiebe versuchen, euch die Kammer direkt unter der Nase wegzuschnappen. Lasst ihr euch das gefallen. Oh. Oder zeigt denen, wie schafft eure Zellen sind. Seltsam, klar. Du musst verlieren. Ich bin schon dabei. Da kommen sie. Mach sie fertig. Du bist fast tot. Näher ran, dann knall ich sie weg. Ja. Ich fahre nicht mal nie heran. Hier fährt noch irgendjemand. Nein. Ich schüttel mal die Irren ab. Große Bombe. Das war es mit dem Fahrzeug. Sehr schön. Egal, du bist ohne Fahrzeug stärker. Ich hoffe, wir dürfen ohne Fahrzeug weiter. ich muss nicht schon wieder ein Gamebacken warte mal aufsdreht die Typen da brennen keine Ahnung wir sehen sie wieder an der großen Kammer lasst es darin diese Diebe dafür bezahlen dass sie eurer Stamilie angetan haben Bring mich zum Eingang, dann mache ich den Weg frei. Dix macht noch ein Project DD. Das heißt, wir bauen das Auto, um weiterzumachen. Ja. Dann gehe ich es mal holen. Ich bin zu Fuß unterwegs. Ich gucke mal kurz auf der Map, wie irgendwo ein Fahrzeug-Spawner ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen komplett zurück. Toll, ich bin zu Fuß unterwegs. Ja. Schnapp dir einfach irgendein Auto, das sind ja genug. Nö. Hier ist grad keins. Dann kannst du mich gerne abholen, genau. Hast du auch neue Teile bekommen? Ja, weil ich einen Turm zerstört habe. Nee, tatsächlich, weil... Und du wurdest... ...ich halt... Mit Zugsfahrzeugen von Riesbund. Bist du schon unterwegs? Ja. Ich laufe die hier entgegen. Sie ist ein Teil... Sie ist ein Teil des Fahrzeugs, offensichtlich. Aha. Warte hier kurz, lassen wir einsteigen. Hey, hier hinter dir. Ah, jetzt höre ich. Sehr schön. Nicht mit allem. Die Musik ist nicht schlecht. Oh, ich höre sie nur... Jetzt höre ich sie nur durch ein Radio-Ding. Hast du wahrscheinlich vorher gehört. Ja. Ja. Da musst du fahren. Alles klar. Ganz weg. Nee, da geht's nicht lang. Da müssen wir fahren. Muss doch irgendwo hintriften, ne? Uns geht die Straße aus! Durch die Abflusskanäle! Mit dem Wind! Ich erreiche es nicht. Musst du richtig treffen. Ansonsten, ich habe hier Shotgun. Was? Also dann! Oh! Sie verstecken sich in der Gosse! Ich wusste immer, dass sie erfüllt sein. Jetzt seht ihr es endlich an! Ich kann uns den Weg freimachen, aber wir müssen erst diese Idioten hinter uns loswerden! Das ist mein Moment! Unterwegs. Ich ballere. Ich treffe bloß nicht. Keine Sorge. Dann werde ich tief übernehmen, was wir jetzt übernehmen. Soll ich wieder fahren? Nein, ich bin mir relativ perfekt tief. So, jetzt brauchen wir kurz Ruhe. Und wir regularieren. Ich habe das Gefühl, wir lernen uns dem Endgame. Bring mich nah ran! Dann mach's dir rechts frei! Schau, wie es brennt! Ich hoffe nicht, dass wir enttäuschend für ein 60 Euro im Spiel. Ehrlich gesagt. Alles klar! Weiter! Ich habe aber leider auch so das Gefühl, dass wir das heute noch beenden. Weingay! Das wollten wir noch die Credits sehen. Wir haben Zeit. Also von daher. Vermutlich. Wir müssen nur durchziehen. Wir haben nur ein Weichei! Ich meine, der vierte Stream ist das ernst. Das wäre schon ein bisschen... Wir sind schon da! Uff! Ganz recht, ihr blöden Furzbrocken! Unsere Anhänger haben die Stadt schon durchkämpft, bevor ihr angekommen seid! Idiot! Habt ihr wirklich geglaubt, ihr würdet es vor uns schaffen? Keine Sorge, Kammerjäger, aber wir haben den Schlüssel! Die Kammer gehören uns! Ich wurde von dem zu Tode gekriegt. Die letzte Grunde, die Team meldet sich noch! Hier ist mein Platz! Kriegt das einem an meine Rüstung, dass mich jeder zu Tode schießt? Das finde ich gar, dass du nie deine Special-fähigkeit hast. Du bist Damage-Dealer, keine Tank! Oh, das ist Nacht geworden. Und wo ist sie noch lang? Endstation, Arschlächer! Willkommen in der Apolyon-Station, wo Atlas euch weiterbringt, als ihr zu träumen wart. Die Apolyon-Station heißt euch willkommen wie eine alten Frau. Hey, Kumpel! Feinde, bereit machen! Das ist die Todesruhe! Au! Auf zum Ehen, Schrott! Oh! Dein Schwesterherr, wird sich dafür kalt machen! So viel zum Wemmensch, Tina. Von deinen Fähigkeiten her, nicht von deinen Waffen! Ne, schon irgendwie ein bisschen. Oh! Ihr werdet sterben! Aber ich glaube, ich mach sogar mehr und ich bekämpfe es an. Ich weiß das nicht. Kaufen! Oh, hier gibt's Fleisch! Apolyon-Station, die Schnittstelle zwischen Industrie, Transport und Luxus! Oh! 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 Jetzt fahren wir eine U-Bahn oder was. Oh no. Oh. Na komm. Das ist dumm. Ich bin schon mal wieder tot. Und wir sind zurück. 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 Und wir sind mit Rachen gestorben. Merkbar. Und wir sind zurück. 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 Und eine Schmutter. Und wir sind zurück. Hast du eine Elektro-Waffe im Umgebung? Äh, ja. Ich benutze die. Ich one-shot hier mit meiner Kanone alles. Die Elektro ist nämlich sehr effektiv gegen die blaue Lebensleiste, also den Scheld. Das heißt, mit one-shotst du quasi alles davon. Äh, ich muss jetzt erstmal noch einen halben Kilometer laufen. Ich bin dann bald auch da. Warte vor dem finalen Bosskampf auf mich. Jetzt bin ich unterwegs. Gib mal Skill-Punkte aus. Die können sich nur in den Stunden handeln. Anwesentlich. Okay. 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 Ready? Ich bevorzuge... Ich bevorzuge jetzt zu wissen, wo mein Basilikum gelagert ist, aber... Hey. Jeder so wie er denkt. Ja, ja. Lilith, wir sind drin. Maja! Hazor ist schlecht. Wir schwärmen überall KADK rum. Wir sind wohl auf uns allein gestellt, Kammerjäger. Ich rutsch schon mal runter. Wir wissen, was verkauft. Wo geht's denn? Wow. Ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder eine Kammer sehe. Cool, dass du mich zurückgeholt hast. Ich rutsch schon mal runter. Stell dir all die Leute vor, die ihr Leben an der Oberfläche gelebt haben, ohne zu wissen, dass sie auf einer Kammer stehen. Achtung! Die Kreatur, die die Eridianer in der Kammer eingesperrt haben, hat ja tausende lang geschlafen. Die wird echt angepisst sein, wenn wir sie wecken. Da! Der Torbogen dort ist der Eingang. Steck den Schlüssel in den Sockel. Die Jagd hat mich zu diesem Moment geführt. Na also. Der Rampager. Der Wüter. Na dann auf geht's. Ich werde so schnell sterben. Und ich werde noch sterben. Wir haben die Weckow-Obsicht hier. Ich werde dauernd spawnen. Elektro hilft dir aber nichts. Gegen Radioaktivität ist er auf jeden Fall resistent. Gegen Eis nicht. Die anderen zwei sind gegen Eis. Okay, cool. Oh, ich bin tot. Bleib am Leben. Ich habe ihm aber schon einen Drittel abgezogen. Hier. Das war überwiegend ich. Du hast überwiegend geheilt. Oh, das hat eine zweite Phase. Die Granaten habe ich. Oh Gott. Endlich. Ich fühle mich ihre Nähe. Bleib am Leben. Na, das könnte schwierig werden. Geilig. 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 Das macht sich nicht du. Ich bin die ganze Zeit da. Und ich schieße die ganze Zeit mit dem fucking Kryostrahl auf. Ja, stimmt. Das macht sich die ganze Zeit du. Ich bin nie weg gewesen. Unser Elf ist hier auf uns gehalten. Ich habe mich gehalten gerade. Es verwandelt sich in ein noch fieseres Monster? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das war Klügel. Oh, das ist schwerer zu treffen. Was soll es. Das ist gegen Feuerschein. Ja. Dann brauche ich mit meiner Vulkanwaffen die anzugreifen. Ich bin gleich tot. Ich bin 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 tot. Oh, ein Dreizack. Den dürfen wir aber nicht nehmen. Schade. Meinst du ein Dreizack? Der eine hat einen Dreizack getroffen. Wie der eine? Da kam und da war ein Roboter. Gegen den ich gekämpft habe. Das hast du nicht mitgekriegt. Nein, weil ich mich auf den großen konzentriere. Okay, jetzt hält der ziemlich viel aus. Deshalb gehe ich hier gerade mit dem vollen... Der fang ein paar Granaten rein. Oder auch nicht. Ja, ich habe hier gerade einen Roboter. Und noch einen. Ich halte hier mal die kleinen Gegner vom Hals. Das ist gut. Ich hau hier gerade alles an den Elektro-Scheiß rein. Oh, das sind jetzt richtig kleine Gegner. Ich habe auch eine Elektro-Haffe. Oh, jetzt. Auf ihn mit Gebröken, ja. Ich nehme Fahrt auf. Und der droppt keine Scheiße. Grüne Waffen. Und eine Granatenzone kann ich dir mitnehmen. Ich nehme die paar grüne Waffen mit. Schöne kann ich brauchen. Ava, ich habe gesagt, du sollst dem Schiff warten. Hier ist es nicht sicher. Und die Chance verpassen, eine echte Kammer zu sehen? Zieh dich doch nur mal um. Ava, du bist noch kein Kammerjäger. Es gehört mehr dazu als... Und der müsste eine Blau-Haufe sein. ...gegen zu rennen. Richtig. Ja. Absolut. Kammerjäger, du solltest reingehen. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss ein ernstes Wort mit meiner Schülerin wechseln. Und die Beute geht an den Badass. Dieser Ort muss an die 100 Jahre alt sein. Vielleicht sogar 200. Ava, wir müssen reden. Aha, aha, sicher. Das ist kein Scherz. Ja, 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 ich weiß. Schon klar. Fass nichts an. Ach was. Gar nicht wahr. Kammer des Wüters. Gut, dass wir die Wüter besiegt haben. Keine Panik. Ich teste nur ein neues Kommunikationsgerät, das auf Lilis Kräften basiert. Echo dringt anscheinend nicht durch die Grenzen der Kammer. Also muss ich da... Was ist das? Ich glaube, das war das Kommunikationsgerät. Das hat uns aus einem Grund hergeführt. Dieses Gerät muss eine Bedeutung haben. Oh, Waffen. Grüne und blaue Waffen. Äh, ich hätte das kaputt gemacht. Ah, jetzt können wir das Zeug hier kaputt machen. Oh, ich habe eine kleine Waffe. Inventar voll. Cool, ich habe Grün. Ich denke, ich komme jetzt da durch. Hast du die Golde mitgenommen? Ja. Hier ist vielleicht noch eine grüne und eine blaue. Faszinierend. Diese Kammer ist durch eine antike Energieleitung mit einer zweiten Kammer verbunden. Diese Koordinaten sehen aus wie... ...Eden 6. Gut gemacht Kammerjäger. 103 Nutz Schaden. Sei gegrüßt. Probier sie mal aus. Vielleicht kann sie was cooles. Ich würde sie bemerken und sei gegrüßt. Das merkt man immer erst, wenn man schießt, was sie tut. Das macht sie. Alternativer Feuermodus, ja oder nein? Ich nehme sie mal. Probier sie einfach mal an Gegnern aus. Vielleicht, keine Ahnung, explodiert der Gegner oder sowas. Das G-Punkter. Aber hier waren wir schon. Aber hier waren wir schon. Ach, Katze. Du hast mir versprochen, ich könnte Kammerjäger... Katze ist asynchrone. Das wirst du, wenn du bereit bist. Und da kommt der Endbus. Danke, dass ihr das erledigt habt. Mann, ihr kamert unbedingt nur mit dem Abzugsfinger, was? Weiter so und ich werde endlich eine Götter. Äh, wir werden Götter. Hab ich doch gesagt. Also, jetzt zieh ich mein Ding los. Nein, was machst du denn? Das gehört uns. Und die Monster schützen nicht die Macht der Kammern. Sie sind die Macht der Kammern. Jetzt gehört alles mir. Ja. Hey. Kriegt der Parasit auch was ab? Gah. Wir gehen jetzt. Sofort. Ihnen sollten wir streiten! Wer ist die Döhre? Was hatten die für ein Problem? Sie hat keins. Oh, ich asynchrone wie so. Ich werde nur Sirene sein. Und dann wisch ich den Boden mit Aschgeigen wie dir auch. Du wirst... Denkst du echt, dass das so läuft? Süße. Du wirst diesen Ort nicht verlassen. Und wie der Ton der ist eine halbe Sekunde, eine halbe Minute später kommt. Ja. Ist das bei dir auch so asynchron? Ja. Ja. Vor allem bei der Action-Szene ziemlich ulkig. Okay. Ich dachte, das geht nur bei mir. Geht wohl mit... jeder Sirene. Los. Wir haben was wir wollten. Ja. Und noch viel mehr. Ja. Aber hey, wenn die Sirene nochmal bei dir klappt. Ist doch noch kein Busfeld. Näh. Jetzt erstmal 30 Stunden einfach nur grinden und... Sachen-Such-Missionen machen. Und dann können wir. Schnapp dir die Kleine und dann zurück zum Schiff. Ich... Sag Lilith Bescheid. Wir sind tot. Maya ist tot. Komm schon. Verschwinden wir von hier. Ja. Wir sind verschwinden wir von hier. Na, zu Sanctuary-Kern sollen wir zurückkehren. Fantastisch. Du musst dich zu einem schnelle Leisepunkt rennen. Du kannst einfach von der Map aus jederzeit überall hinreisen. Na, ich bin schon leer. Ich bin schon leer. Der Buskampf lässt noch auf sich warten. Fantastisch. Ich weiß gern wie viel das noch ist. Ob das dann... Und es Sinn macht das jetzt zu unterbrechen. Ob das jetzt... Keine Ahnung. Und ob das noch 10 Minuten ist. Sonst... Und wir dann... Wenn wir dann noch einen Stream starten und dann... Ist das Ding an? Test. Test. Hey! Komma Jäger! Wir haben eine Klingleit für dich! Das willst du nicht verpassen! Das wäre blödsinn. All Main Missions. Ich gucke mal ganz kurz. Was? Kennen wir das halt. Es sind 23 Chapter. Wir haben... Jetzt die Hälfte. Knapp. Ah, wir sind jetzt bei der Hälfte. Okay. Das sah schon ziemlich final aus. Wir müssen die Leif. wie immer du konntest nichts tun danke dass du sicher zurückgebracht hast du musst etwas sagen dann sage ich etwas ich kannte mal ja es noch gelebt hat da hat sie mir hier ist eine bergung die tod und so ist es nun mal wir können nur noch kämpfen um sie in ehren zu halten leute sterben im kriegen haugenweise im ernst macht die augen auf leute eine grabrede halte ich lieber nicht keine scherze tennis ich mache keine scherze ich weiß was ich bin eine brillante rücksichtslose wissenschaftlerin und ich weiß was du bist denn alle auf diesem schiff wagen darauf dass du gesagt und sie können zu den wichtigen zu regieren um diesen haufen fliegenden wettbewerb am laufen zu halten wenn du es tust maria war nicht nur ein crimson raider oder ein kammerjäger sie war familie was machst du hier werden 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 nicht aus den augen verlieren wir werden die kann man ich bin auf dem weg zum casino dann bedeutet ihr tot etwas bis zum casino während wir werden machen die kammern öffnen mehr hast du nicht zu sagen maya ist tot weil du die kammern öffnen wolltest wir sollten die kalypsos jagen und dafür büßen lassen was sie getan haben so leicht ist das nicht maya hat immer gesagt ein kammerjäger läuft mitten hinein ins feuer alle ihre geschichten drehten sich um dich du hast pandora gerettet du hast hansom jack getötet ich kenne meine rolle nicht kammerjäger sie nach ob es ihr gut geht ich ich bereite alles für den sprung nach eben sechs vor jetzt weil wir so ein babys hätten mhm ich babysitte hey kammerjäger es gibt nicht viel zu sagen das hier ist krieg menschen sterben im krieg ja das tun sie aber du bist noch hier und der krieg ist noch nicht zu ende danke du hättest nicht mit mir reden müssen aber ich bin froh dass du es getan hast hier das ist das gehörte ihr sie würde wollen dass du es bekommst ich bin sicher sie machen sich bereit für den sprung nach eben sechs du solltest da oben sein ich glaube ich muss eine weile allein sein kammerjäger gut du bist hier wir müssen kurs auf eben sechs nehmen wir haben keine zeit zu verlieren was jetzt anscheinend haben wir unseren heulkreis gestört vielleicht haltet euch das hier etwas auf stimmts ach was für erinnerungen unsere anhänger lieben es wir haben rekordzugänge die kräfte eurer tupfen sirene sind die kirsche auf dem sahnehäubchen ich fechslocke mir schon den ganzen tag weintrauben in den mund ich weiß nicht ob diesen monstern irgendwas oder jemand wichtig ist und das macht sie so gefährlich ok wir haben Geld bekommen die kammer unten auf prometheer ist irgendwie mit einer auf eben sechs verbruchten anhänger wenn die kalypsus sich diese kammer unter den nagel reißen wollen müssen diese monster erst an uns vorbei zum glück haben wir einen freund in dem gebiet wir haben dritten vierten waffen platz gefunden sei dank endlich und ein buch des sturms anhänger 79 schaden macht die wirst du dich erheben die macht 79 schaden aber guck dir mal die feuerrache an von dem ja besser als nichts jetzt habe ich vier und wirst du dir eben klingt so ein bisschen danach als könnte man damit eventuell die jk wiederbelegen und finde heraus was da unten passiert ich höre dich gar nicht ich probiere die auf jeden fall aus ich habe es auch im inventar es geht nach eben so jetzt habe ich einfach mal vier goldene waffen im inventar auch gut ja auch nicht tja wollen wir jetzt noch weitermachen oder ein bisschen geht noch klar ach so du sagst du willst ins Bett dann ja so ewig würde ich jetzt auch nicht mehr lange an der Seite machen aber ja komm die 20 minuten oder so machen wir noch 20 bis mitternacht können wir noch ja weil warum nicht es ist Wochenende hat ja nichts zu tun das hat wirklich erstaunlich wenig zu tun siehst du also bis vier uhr nachts mindestens noch auch seine kampagne fertig kriegen aber wir haben definiere kampagne wo müssen wir die landekapse ist woanders ja ach da unten ist cargo bay wo sind die in der cargo bay und da unten ist nah da unten ist einfach fp 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 fest fp 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 Ach ja, Abendessen würde ich irgendwann mal noch, aber das können wir warten. Jaja, morgen Abend. Ja, kann ich auch um Mitternacht noch. Mitternachtssnack. Mein Abendessen war Salat. Genauso wie mein Mittagessen und mein Frühstück. Ich habe heute insgesamt eine Schüssel Salat gegessen. Ja, passt schon. Ich habe erstens mal am Mittag gegessen. Dann kann ich auch um Mitternacht Abendbrot essen. Und Salud. Kamerjäger, ich wünschte, ich könnte dir das gebührende Jacobs Willkommen auf Eden 6 geben, aber diese KDK-Teufel sind überall. Ich sitze mit ein paar Überlebenden im Jagdhaus meiner Familie fest. Die Vorräte gehen uns aus und wir sind umzingelt. Ich brauche deine Hilfe. Diese feigen Fanatiker. Die Jacobs Corporation hat 300 Jahre lang überlebt, aber diese KDK-Teufel haben sich im System breit gemacht wie eine Seuche und nur auf Befehl dieser Kalypso-Bastarde. Sie haben meinen Vater getötet, weil er ihnen die Kammer nicht überlassen hat. Und jetzt sind sie hinter mir her. Ich warte mal im Saloon auf dich. Mhm. Wenn ich es bis dahin schaffe. Das ist die Stadt Reliance. Oder sie war es. Heimat unserer besten Waffenschmiede. Außerdem wichtig für unsere Holzproduktion. Wenigstens muss mein Vater nicht mehr erleben, wie alles in die Hände dieser Banditen fällt. Du findest das Jagdhaus auf dem Gipfel. Wir wehren diese Teufel so gut es geht ab, aber ich schlage vor, du beeilst dich. Ich fahre hier mal zu den besten Marken vom Marken. Beziehungsweise laufer. Solange ich eine Jacobs Schrotflinte halten kann, werde ich Eden 6 nicht kampflos aufgeben. Kommt schon, ihr schlammlutschende Bastarde. Ich sterbe zu häufig schon gerade mal wieder. Ah, ich bin tot. Was neu ist. Jo. Ich hatte ein Schild. Ich meine, das ist ja ein schönes Level. Optisch. Jo. Bist du auch zu Fuß unterwegs, oder was? Ja. Ich hatte, glaube ich, recht mit der Waffe, oder? Potenziell. Können wir ja mal ausprobieren, die Waffe. Das Ding macht auf jeden Fall irgendwas mit den... die Hinsätze der Vergiftung. Nein, das ist radioaktiv. Mach die Soldaten fertig! Ja, kann man kämpfen mit... Das ist nicht so. Ist zumindest sehr fremd. Kann man geholfen. Hat nicht den maximalen Schaden, aber... Das geht. Du bist das in der... Ich wollte die einnehmen. Was ich geschafft habe. Hat ein Klingenwart, also ist cool. Ja, die Waffe macht tatsächlich was nach dem Tod mit dem... Die explodieren in einer Giftwolke. Okay. Meinen ist radioaktiv. Ja, der Damage-Typ. Ach, jammer. Ich hätte mich vorhin gekehlt. Du machst einfach immer weiter, Klammerdie, was? Schon mal darüber nachgedacht, einfach zu sterben? War die richtige Entscheidung für deine Sirenenfreundin? Ich habe jedenfalls keine Beschwerden gehört. Ich kette hier den Bergpass auf. Gut, dass du hier bist. Ich weiß nicht, wie lange wir diese KDK-Fanatiker noch hätten aufhalten können. Heilung. Heilung ist jetzt in diesem Spiel auch ein bisschen los. Bei der Wiederbelebung so. Machen wir Hasslein, Profi! Das ist es! Weitest du! Wir bringen keine Zähne vom Lücken! Du treibst sie zurück! Nur noch ein paar mehr, Kammerjäger! Ich habe hier ein kleines Kämpchen. Ja, ja, ich auch. Gehst du einen anderen Weg, oder was? Ich such dich die ganze Zeit. Ich bin bei dem Questmarker. Cool, ich bin den falschen Weg lang gegangen. Und wird hier gekehlt. Und ich bin tot. Oh, nein. Ich habe die Quest aktiviert. Verziehen. Kammerjäger, du hast mein verdammtes Leben gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Reden wir. Ich komme dann auch demnächst irgendwann mal. Ja, soll ich schon ohne sich weitermachen, oder? Nee, warte mal ganz kurz. Ich bin den falschen Weg halt lang gegangen. Was geht denn so, Kammerjäger? Okay, da ist dein Auto. Das heißt, dass es aus demnächst ist. Hast du hier dem Gesang der Groks im Mondlicht gelauscht? Er ist... Ja, da bist du. Nee, du bist falsch. Ich komme demnächst. Ah, ja, da musst du. Da fährst du vorbei. Da hat er den Hügel nochmal auf. Ja, ich sehe den Weg schon, das ist recht offensichtlich. Ein Kammerjäger auf Eden 6. Mein Vater hat mich früher immer vor euch gewarnt. Ich hing gerade an der Toilette. Muss ich machen? Ich bin Wayne Wright Jacobs. Aber ich fürchte, mehr als meinen Namen habe ich nicht mehr. Diese Teufel haben mir alles andere genommen. Naja, komm rein. Nimm dir ein paar Schusswaffen. Ich habe aus der Privatsammlung meines Vaters genommen, was ich konnte. Er kann sie ja nicht mehr benutzen. Diese Kalypso-Teufels-Zwillinge haben ihn ermordet. Sieht zumindest gut aus. Wenn du nicht vorbeigekommen wärst, wäre ich wohl auch schon erledigt. Ich konnte fliehen, aber sie haben meinen Partner, Alistair Hammerlock, erwischt. Diese Teufel nutzen ihn als Faustpfand, bis ich den Kammerschlüssel rausrücke. Und genau darum bist du auch hier, oder? Ganz genau. Diese Kammer war über Generationen ein Familiengeist. So gut ist die auch nicht. Wir wollten nicht, dass unser Paradies zerlegt wird wie Promethea und Pandora. Wo eine Kammer ist, da ist ein Krieg. Aber im Moment habe ich größere Sorgen als mein Familienvermächtnis. Alistair Hammerlock, die Liebe meines Lebens. Wenn sie ihn töten, habe ich nichts mehr. Wenn mein Vater noch atmen würde, würde er mir raten, zu diesen Teufeln zu gehen mit einer Jacobs-Waffe als Verhandlungsführer. Und genau das werden wir tun. Der Kult hält Alistair in einem Gefängnis gefangen, das sie den Amboss nennen. Ich habe schon ein Söldnerteam losgeschickt, um ihn rauszuholen, dann aber nichts mehr von ihnen gehört. Rette Alistair, dann besorge ich dir den verdammten Kammerschlüssel. Okay? Okay. Bin dabei. Lässt sich machen. Sehr gut. Das Muskelpaket des Teams, Codename Meatslab, sollte in diesem Moment den Fluchtweg sichern. Er wird beim vorderen Gefängnistor sein. Finde ihn und hol Alistair Leben dort aus. Ich halte die Stellung und beschütze, was von meinen Leuten übrig ist. Viel Glück. Ja. Also ich mache dir weniger Sorgen, dass Meatslab ins Bras beißt. Der Mann ist wie ein Berg und viel wütender. Aber seine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht groß, gerade wenn es gilt, Schläge auszuteilen. Du weißt, wo du mich findest. Ich habe uns mal jetzt eine Sidequest aktiviert. Die machen wir noch und dann machen wir Schluss, würde ich sagen. Ja, warum nicht? Ich bin mit Männer. Gibt es da eine Schnellreise oder? Natürlich nicht. Ich bin mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren. Ist es ein Fahrstuhl? Ja. Es gibt zumindest jetzt noch einen Fahrstuhlschacht. Wo ist der? Weiter hinten, wenn du es erkundest. Das ist ein Loch im Boden. Ah, hier. Hallo. Die wäre auch ein Aufzug. Du bist runtergesprungen oder was? Nein, nein, ich bin den Aufzug runtergefahren. Das würde ich jetzt auch. Und dann geht es dann weiter. Da kannst du zumindest dann losfahren, direkt. Das kommt zu einem Fahrzeugpunkt. Ah, schön. Hey, ja, wie gefällt dir das Paradies? Ich dachte, die Heimat der Jacobs Corporation wäre weniger... Tja, wie soll ich sagen? Dreckslöchrig? Gefährlicher Ort, dieses Eden-Sex. Erinnert mich an zu Hause. Dieses Maliwan-Sponsoring war ein Reinfall. Aber wir halten uns an Katagawas Mordtagebuch. Dieses Mal bin ich also bampfartig zum Abendessen reingeplatzt und hab den Boss von Jacobs ausgesaugt. Boom, erledigt. Hab stattdessen eine loyale Marionette installiert. Und die ist eine Nummer für sich. Eine hechte Eiskönigin. Sie kümmert sich ums Geschäft und sorgt bei den Einheimischen für Ordnung. Ah, noch ein reiches Miststück an der Spitze. Wie schön. Ja, ich bin jetzt ganz woanders. Ich bin jetzt auf eine andere Ebene gehüpft. Ja, ja, alles gut. Bin ich auch. Ah, die Quest ist da hinten. Es wird nur Zeit für was Neues. Oh nein, scheiße, die haben wir in den Auto. Komm, ich auch. Ey, ich hab hier, glaube ich, so einen Boss. Wir haben hier. Indoor-Tyrande 25. Ähm. Ich komme. Ich habe ein kleines Problem. Ne, egal, der ist direkt tot. Hab ihn. Na dann. Irgendwas cooles? Eine Menge Schwachsinn. Beißer, blauer. Nö. Verkaufszeugs. Mein Fahrzeug haben sie zerstört. Such dir irgendwas. Hier fahren einige rum. Zu Fuß wird es hier lange dauern. Ja. Hier, wo ich bin, ist ein Fahrzeugpunkt. Ja. Sehr schön. Wir kommen dann irgendwann... Willkommen zurück, mein Mädchen. Durch Pandora zu laufen ist der sichere Tod. Oh, yeah. Oh, yeah. Wir sind nicht auf Pandora. Die haben den Text nicht neu eingesprochen. Ja. Das ist... Das ist dumm. Ich habe, glaube ich, das Kling gerade noch nicht gekriegt. Aber... Doch, hast du. Ne, ich kann es nicht spawnen. Das ist unten... Äh, an der unteren, wo du den Fahrzeugtypen auswählst. Nicht, wo du das Fahrzeug auswählst. Ich bin vorbeigefahren. Hör mal, du musst uns helfen, dieses Monster aufzuhalten. Er nennt sich selbst Inquisitor Blutflatter. Der Scheißkerl hat mein bester Freund Coop umgebracht. Blutflatter und seine Gang fahren Amok und überrollen im Nachhinein. Und nahm dieser Kalypso-Teufel unzählige, unschuldige Zivilisten. Du musst mir helfen, Coop und all die anderen zu rächen. Besorg dir eine Kappe und mach diese Wichser platt. Wenn du an den Inquisitor rankommen willst, musst du zuerst seine Gang ausschalten. Dann hast du ihn am Sack. Und zwar so richtig. Die Schallwuster sind besser. Da waren wir also, ich und sind unserer Arbeit im Jacobs-Sägewerk nachgegangen, als diese verdammten KDK-Trottel aus dem Nichts aufgetaucht sind und meinten, sie würden die Jacobs-Kammer suchen. Dann nannten sie uns Ketzer und sowas und fingen an, alle umzubringen. Das war Wahnsinn. Purer Wahnsinn. Unter anderem bin ich eine Expertin im Töten von KDK. Ich kümmere mich darum. Das ist schön zu hören. Ich bin sicher, Wainwright Jacobs wird sich erkenntlich zeigen für deine Hilfe. So, wo müssen wir hin? Die ganz anderen in der Map, oder? Jetzt zum nächsten. Alter, runter und jetzt kann ich so weit. Du musst irgendwo hier sein. Hier gibt es eine selber. Ich kann nicht mal so scheiße wie der Planet hier. Macht Bock auf mehr. Jo, der ist cool. Hat doch einfach mit dem Klingenrad in die Gegner reinfahren. Und auch schaden. Und den Schallwuster gedrückt halten, dann du hast drei Stufen an Geschwindigkeit. So, wo müssen wir nochmal hin? Ach, da vorne hin. Wie mach meine Schallwuster? Mit welcher Taste? Einfach gedrückt halten. Mit welcher Taste? Schifft. Wie du schon immer bist. Drei Stufen habe ich da noch nicht. Einfach gedrückt halten. Ah. Hier bin ich falsch. Da müssen wir später nochmal hin. Irgendwo in der Richtung, glaube ich. Ah, nee, da müssen wir nochmal hin. Hier einmal hoch und dann... Und da lang. Ja, wir müssen einmal komplett außen rum. Ja, hier, wo ich lang. Einmal komplett außen rum. Zu Fuß wäre das jetzt ein bisschen nästig. Es ist ja auch eine Fahrzeugmission, das wurde ja ausdrücklich gesagt. So, ja, jetzt da hoch. So, ja, jetzt da hoch. So, nee, hier nicht. Nein, in andere Richtung. Hier lang, würde ich sagen. Und dann da lang. In die große Runde rum und dann... Wir sind jetzt wieder hier, ich habe nicht angefangen. Jetzt müssen wir hier lang, würde ich... Nee. Dann müssen wir da hoch. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nicht wirklich einen Plan. Ja, hier müssen wir hin. Über die Brücke, die Brücke. In die Brücke. Achso, ja, es geht auf. Wo ist die? Ich bin die gerade nicht. Da, wo ich bin. Andere Richtung. In der Orientierung sind. Ah, hier ist eine Brücke. Und jetzt... Ja, da. Da raus. Ich bin schon fast auf der E-Ridium-Ebene. Ach, du gehst ja auch in dem Fahrzeug. Jetzt weg. So, wir verfolgen wieder was. Offensichtlich. So ein Scheiß. Ah, der Bartelt. Der Bartelt hilft nicht was zu machen. er ist tot und zu mir noch nichts wo ist denn der jetzt müssen wir jetzt wieder in eine Ewigkeit kommen oder? Nee. Oh, SideQuest, ich mach jetzt nichts. Aber nicht mehr Holzer. Nee, weil mitnehmen können, dass ich mal für ihn fest war. Ist nur ein Boss-Türken. Keine Ahnung, wo wir dann müssen. Achso, da müssen wir. Da rechts. Wenn du beweisen kannst, dass du der Sultan der Stunts bist, wirst du der offizielle Fahrer von Guaglo! Guaglo! Waren kaputt gefahren. Hast du gequatscht? Ja, wir haben einfach nur eine Waffe gekriegt. Ah, toll. Trifft sich mit dem Miet-Snap. Das ist die... Hauptqueste, oder? Ja. Wir wissen, Hauptqueste. Hier ist sehr viel Fahrzeug, gelassen hier unten. Die Westen scheinen weniger aufwendig zu werden. Ja, gut. Wollen wir dann beenden für heute? Ja. Ich fahre noch irgendwo mein Fahrzeug gegen und dann... Gut. Kann man das zu Schrott fahren, oder? Nein. Na dann. Ist doch eine wunderschöne Landschaft, würde ich sagen. Ja, ist ganz nett. Da haben wir noch ein paar Stims. Ist doch nicht das... Wir hatten noch schon die Befürchtung, dass es heute schon vorbei ist. Das wäre ein bisschen enttäuscht gewesen. Na dann. Ähm. Shit, das ist ja... Ich bin gleich auf einmal jetzt. so na dann würde ich mal sagen danke fürs dabei sein heute morgen und gute nacht bis nächste woche machen wir nächste woche weiter oder oder steht bei dir da was im weg 27 fällt aus aber sonst ja wahrscheinlich nächste woche wird bei mir ja ist doch ist doch schön na dann schönen sonntag dir noch ebenso up in the end cards up in the weight so so